Hey, Leute, das ist nicht cool. Verfick du Scheiße, Kyle. Du weißt, South Park-Fan bin ich auch. Ja, Nikolai Konstantinescu, aka Piggyaman. You got it. Schön, Nico, dass wir hier sind. Endlich. Ich hab ja auch schon ein bisschen länger drauf gewartet. Du bist ja auch nicht leicht zu fassen, muss man sagen. Warum, das werden wir auch gleich mal hören. Du bist immer viel unterwegs. Wir sind heute hier in den DIY-Studios in Hamburg. Und Nico, du bist Fotograf, Fotokünstler natürlich für mich. Und ich bin absoluter Fan deiner Arbeit. Ich finde, du bist sehr facettenreich. Du schlüpst in verschiedene Rollen, bist ein guter Allrounder. Aber für jemanden, der jetzt einschaltet, wie würdest du beschreiben, was du alles machst? Das ist wirklich ein bisschen schwer zu beantworten. Einfach aus dem Grund, dass ich mich nie festgelegt habe. Ich hab natürlich so meine Vorlieben und meine Interessen, die auch dazu geführt haben, dass ich dann am Ende diesen Weg gegangen bin. Aber man könnte schon sagen, dass die Schwerpunkte bei der Musik liegen und bei der Mode. Und alles, was dazwischen so passiert ist, und das ist auch das Gute an der Fotografie, ist Zufall gewesen. Und dieser Job oder diese Kunst, die man macht, kann sich immer anpassen. Und du kannst am Ende halt alles damit machen. Du wirst aber immer wieder merken, wo deine Roots liegen und wo deine Vorlieben liegen und was dir Spaß macht. Aber... Du machst ja letztendlich Commercials, du machst Fashion, Portraits, Plattencover. Alles. Also am Ende ist es so, das Einzige, was ich quasi nicht mache oder kaum mache, sind Stills. Was sind Stills? Das sind zum Beispiel, du fotografierst gelegte Klamotten oder Food-Stills. Also alles, was jetzt zum Beispiel für einen Online-Shop gebraucht wird. Oder manche machen auch künstlerische Stills natürlich. Eigentlich kommt von Stillleben natürlich. Das hat nichts mit Menschen zu tun. Klar. Das ist nicht so mein Ding, weil ich gerne mit Menschen arbeite einfach. Und das einfach für mich dann mehr Seele hat, das Ganze. Aber das ist jetzt so ein bisschen ins kalte Wasser springen, weil die Story dahinter und wie das alles gekommen ist, was ich tue und warum ich es tue, so komplex ist. Dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ja, bitte, bitte. Mich interessiert natürlich Brennan. Wie bist du eigentlich zum Fotografieren gekommen? Also ich weiß ja, dass das auch, wie das auch häufig so im Leben ist, man teilweise auch zur Leidenschaft herangeführt wird durch Zufälle. Aber wie war das genau? Oder wo würdest du sagen, fing das eigentlich an, dass du zur Fotografie geleitet wurdest? Ich muss so wahnsinnig weit zurückgehen. Ja. Wenn es darum geht. Wirklich weit, weit, weit zurückgehen. Ich bin in einer künstlerischen Familie aufgewachsen. Mein Vater ist Künstler, Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Innenarchitektur, Möbeldesign, all diese Dinge hat er immer gemacht. Ich habe mich als Kind nie wirklich damit so identifiziert, dass ich sagen würde, hey, ich werde auch Künstler oder was? Ich habe mich eher darum gekümmert irgendwie. Also Musik war schon immer meine Leidenschaft. Ich habe schon als kleiner Junge immer die Platten meiner Mom gehört und die Fotobücher durchgeschaut. Es hat mich definitiv beeinflusst und geprägt, was meine Eltern so gemacht haben und wofür ihr Herz geschlagen hat. Dadurch bin ich dann eben mit Kunst, Musik, Mode und allem auch in Berührung gekommen. Aber es war nie so, dass ich mich gefühlt habe, oh, ich muss unbedingt Künstler werden oder was auch immer. Teilweise im Gegenteil. Teilweise dachte ich so, nee, ich werde noch kein Künstler. Aber was ich werden wollte, wusste ich auch nicht. Naja, man macht ja auch nie automatisch das, was die Eltern machen, wenn man es irgendwie interessant findet. Das Witzige ist, ich bin jetzt, wenn man es so betiteln möchte, ich selber sage jetzt nicht, oh, ich bin Künstler, aber bin jetzt Künstler. Mein Vater ist auch Künstler, trotzdem sind wir gänzlich verschieden in dem, was wir tun. Es hat nichts miteinander zu tun am Ende. Es ist beides Kunst, aber es ist komplett was anderes. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Tatsächlich hat mein Vater mir irgendwann mal eine Kamera geschenkt. Die habe ich erst mal jahrelang nicht benutzt. So eines dieser Geschenke, die man dann erst mal nennt, oh geil, aber ja, danke. Erst mal gelingt. Erst mal gar nicht benutzt. Irgendwann habe ich sie rausgekramt und war dann immer mit meinen Jungs unterwegs. Ich habe damals früh angefangen zu skaten, also Skateboard zu fahren. Wir haben dann auch immer so Trips gemacht und all solche Geschichten. und ich habe dann immer Fotos gemacht. Und auch da habe ich mir natürlich nichts gedacht, aber die Leute waren dann immer so, ey, nimm du mal die Kamera, mach du mal die Fotos. Bei dir sehen die immer so geil aus. Wie alt warst du da? Keine Ahnung, 13, 14, 15, so in der Zeit. Habe mir aber nie was dabei gedacht. Habe immer nur gemerkt, okay, die wollen, dass ich die Bilder mache. Gut. Dann erst mal gar nichts, also gar keine Entwicklung in die Richtung weitergemacht oder darüber nachgedacht, sondern dann war es eher so, dass ich auf einer Gesamtschule war, dort dann mich entschieden habe, nicht das Abitur zu machen, sondern nach der Regalschule erst mal frei zu machen. Hier in Hamburg, ne? Nee, 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 ich war damals, müssen wir noch weiter zurückgehen, meine Güte. Also, ich bin auf dem Land aufgewachsen, in Schleswig-Holstein, bin in Ahrensburg, davor noch woanders, zur Schule gegangen, in Ahrensburg, dann in Ahrensburg, aber sitzen geblieben und das wollte ich nicht und bin deswegen auf die Gesamtschule in Bagterheide, auf die Anne-Frank-Schule gegangen, weil ich dort auf der Gesamtschule dann einfach andere Kurse belegen konnte, dadurch aber nicht sitzen bleiben musste. Und dann war ich da in Bagterheide und dann habe ich da halt meine Realschule gemacht und habe gesagt, hey Leute, hier mache ich jetzt einen Cut, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr auf Schule. Und habe dann, und ich kann dir bis heute sagen, war es die wichtigste Entscheidung meines Lebens, weil sich in diesen zwei Jahren, wo ich nicht nichts gemacht habe, denn ich habe auch dann noch irgendwann, ja ist das, Praktikas gemacht und so, in diesen zwei Jahren hat sich für mich entschieden, wer bin ich, was möchte ich, was werde ich tun? Und das war für mich so ein Knackpunkt, was bis heute für mich wichtig ist. Das muss nicht jeder brauchen, aber ich brauchte es. Für mich war es so, hey, ihr geht jetzt alle von der Schule, ihr macht jetzt eine Ausbildung, ihr macht dies und das, woher wisst ihr überhaupt, was ihr wollt? Wie kann das denn sein? Ich habe ja gar keine Zeit gehabt, in der Schulzeit mich darüber, also damit zu befassen, wer möchte ich sein, wer bin ich und was kann ich wirklich gut und wie soll meine Zukunft aussehen? Das war für mich ein Mysterium und ich konnte es gar nicht verstehen, wie man sich jetzt so festlegen konnte und irgendwie drei, vier Jahre eine Ausbildung macht, ohne zu wissen, ob das überhaupt was für einen ist. Ja, voll, das weiß man ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig. Und das wusste ich überhaupt nicht. Alles, was ich wusste ist, ich wollte lange schlafen, ich wollte viel Spaß haben, ich wollte viel kiffen und all das, was man so gerne macht, wenn man jung ist und viel Skateboard fahren. Und dann habe ich eben angefangen, in einem Skateshop zu arbeiten drei, viermal die Woche oder so und den Rest der Zeit habe ich wirklich einfach nur wahnsinnig viel Spaß gehabt. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Ding ist, dass ich währenddessen tatsächlich angefangen habe, mehr Fotos zu machen. Und ich gemerkt habe, es macht mir Spaß. Also intrinsische Motivation von innen kam das dann, dass du dachtest, ich nehme mir jetzt mal hier und da die Kamera mit und mache mal Fotos. Ja, so ungefähr. Es war aber kein Gedanke dabei, das wird mein Job oder das dies und das. Gar nichts los. Und das ging dann so anderthalb Jahre so, dass ich da meinen Job gemacht habe, Spaß gehabt habe und dann habe ich tatsächlich ein Praktikum gemacht, weil irgendwann muss es ja weitergehen und dadurch, dass meine Schwester zum Beispiel, muss ich auch dazu sagen, ein sehr kreativer Mensch ist, die hat dann schon damals studiert, visuelle Kunst und Mediengestaltung und solche Geschichten, da bin ich auch wieder mit diesem Thema einfach in Berührung gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt mal ein Praktikum, war ich beim RTV oder ich weiß nicht, wie das hieß, es war so, wir haben da Beiträge gedreht für RTL-Exklusiv und so, also so richtig schäbig, aber witzig, ja, also habe ich auch wieder, warst du auf Michael-Ammar-Partys und hast da Beiträge gedreht. Ja, Shoutout an RTL hier. Shoutout an RTL, war eine harte Zeit. Nein, war auf jeden Fall witzig, aber auch jetzt nicht erfüllend, aber habe ich mir irgendwann gedacht, gut, vielleicht mache ich jetzt dann doch nochmal Abitur und dann aber halt nicht normal, sondern eben Fachabitur, was erzähle ich? Fachabitur für Kunst und Gestaltung. Ah, Kunst und Gestaltung, dann damals zu sagen, mit so einem Profil, Kunst und Gestaltung. Genau, also Kunst und Gestaltung, Fachabitur und Kunst und Gestaltung, da natürlich hast du eine Mathe und den ganzen Kram auch noch und Sport, aber Schwerpunkt ist halt Kunst. Da war ich dann an der Lübecker Straße, wurde auch abgerissen, mittlerweile steht das Porsche-Gebäude, also dieser Porsche-Laden dort und dort habe ich dann erst mal ein Jahr Praktikum machen müssen. Bei einem Erotik-Fotografen war ich. Ach was! Ja, also aber auch da, ich will, hoffentlich hört er das nicht. Es war qualitativ, künstlerischer Anspruch und so weiter. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Er hat hauptsächlich diese Erotik-Fotografie gemacht, zweites Standbein war Schulfotografie, da hat er seine Teams, die er rausgeschickt hat. Die haben dann diese typischen Schulfotografen-Bilder gemacht und da habe ich dann gearbeitet. Ich muss sagen, ich habe da sehr viel gearbeitet, also bin morgens immer mit dem Fahrrad hin, den ganzen Tag, ich war die ganze Zeit stoned, habe total abgenommen, mit dem Fahrrad wieder zurück, habe kaum noch auf dem Land gewohnt, war tatsächlich dann abends immer bei Freunden in Ahrensburg, habe da übernachtet und hatte weiterhin viel Spaß. Und hatte immer Storys, weißt du, wenn du dann von so einem Shooting kommst, du bist ein junger, 18-Jähriger oder weiß ich nicht, wie alt ich war, vielleicht auch schon 19, gerade vom Erotik-Fotoshooter. Ja, kommt dann, hat irgendeine, hat dann hier für ihren Mann einen Kalender fotografiert und ich weiß ja nicht, wie explizit wir hier werden dürfen, aber da waren dann Sachen, ach Gott ey, wir schweifen so ab, das wird ganz schlimm heute. Alles, es gibt alles dazu. Ja, kannst du Buch schreiben nachher. Also, du hast da Sachen gesehen und da waren auch nicht immer unbedingt alle hübsch, no disrespect, aber es war dann halt als junger Mann da so, dass du dir schon ein bisschen teilweise gesagt hast, oha, was geht hier gerade ab. Es war jetzt, ne, war kein Porno, war nicht Hardcore oder Sonstiges, es war einfach nur nicht gerade so geschmackvoll. So, aber auch nichts Schlimmes. So, da habe ich das dann ein Jahr durchgezogen, dann weitergemacht und dann war es natürlich, jetzt hast du dein Abi, was machst du denn jetzt? Ich war und bin damals in Berührung gekommen mit Reggie und es hat mich halt total beeindruckt, so die ganze, also das ganze Drumherum, die ganze Kultur und habe mich sehr viel belesen über Selassie, Markus Giawe, all die Sachen war eigentlich irgendwie immer zwei, dreimal die Woche in Plattenläden, damals war es ja noch so und hast Platten gedickt und versucht alles zu kennen und alles zu wissen darüber. Es war wirklich dann schon sehr nerdig fast, schon, aber es war einfach, es war eine richtige Neuentdeckung für dich, so dieses, ein ganz anderes Gefühl und man hatte so das Gefühl, du bist natürlich jung und auch noch beeinflussbarer, gerade für solche Einflüsse, wo du dann so... Ja, einfach erst mal anders ja für Einzelne. Ja, wo du sagst so, wow, Alter, da hast du so viel Knowledge, ja, da hast du so viel... Ich kann immer nur sagen, das ist halt witzig, durch diese ganze Auseinandersetzung mit Leuten wie Markus Giawe und Selassie und so war es dann so, die Fragen oder die Dinge, die die Leute heute über BLM gelernt haben, wusste ich dann schon mit 19, ne, weil du dich dann schon mit solchen Themen auseinandergesetzt hast. Ja, und das hat mich total gefangen und beeinflusst und mich auch geprägt. Diese Musik, die Kultur, Jamaica, Rasta, alles, was dazu gehört. Aber ich wusste immer noch nicht, was ich machen soll. So, da soll ich jetzt studieren gehen, aber Fotografie war klar. Ich hatte auf einmal halt in dieser Zeit natürlich dann Access zu Kameras, da wo ich Praktikum gemacht habe und, ne, konnte schon ein bisschen mehr ausprobieren, hatte da auch ein Studio und solche Geschichten und konnte ein bisschen, ein bisschen exploren, was kann man damit machen. Gut, dann habe ich mein Abi gemacht und war jetzt, was machst du jetzt? Gehst du studieren? Ne, gar keinen Bock. Was machst du? Du gehst assistieren. Ja, das habe ich dann gemacht. Ich habe dann bei zwei sehr guten Fotografen assistiert. An der Stelle, nochmal danke, an Peter Hönnemann und Birgit Klemmt, die hatten damals ein super Studio, also drei Stück in der Nähe von Wartenau. Wartenau, ja. Ja, ne? Und da hatte ich dann wieder noch mehr Access. Natürlich habe ich dann immer assistiert, habe alles gesehen, was man so machen kann, von Sterncover bis irgendwelche Katalog-Shootings, bis irgendwelche crazy Kunstprojekte von Peter Hönnemann, der auf jeden Fall, ja, war sehr interessant mit ihm zu arbeiten. Peter Hönnemann, für diejenigen, die den Namen noch nie gehört haben vorher? Was soll ich über ihn sagen? Er ist ein Unikat. Und ich habe viel von ihm gelernt und er hat mich auch gut in die Mangel genommen und man musste sich auch den Respekt bei ihm so ein bisschen erkämpfen, aber er, wie soll ich sagen, also er ist der Fotograf, der barfuß und mit Hasenohren und zwei Kameras gleichzeitig fotografiert. Und danach wird noch eine Flasche Wein getrunken und das Shooting hat 17 Stunden gedauert, so ungefähr. Damals noch analog fotografiert alles, habe dann quasi die ganzen Kameras kennengelernt, Mittelformat, Großformat, wir haben alles gemacht und dann kam so langsam die digitale Fotografie. Für mich war das derbe geil und ich muss auch sagen, dass ich es auch bis jetzt cool finde, dass ich mit dem Medium noch eigentlich angefangen habe und dann erst in dieses Digitale vorgedrungen bin, weil somit hast du eine geilere Grundlage, finde ich, dass du weißt, was es bedeutet hat, so ein Shooting auf die Beine zu stellen auf Film. Ganz anderer Schnack, ganz anderer Aufwand, aber auch wieder unwichtig gerade. Ne, das ist ja schon interessant, was würdest du denn dann sagen, was dann, nachdem du die Praktika gemacht hast, dann Assistenz gemacht hast? Also das Ding ist, bei der Assistenz, während der Assistenz ist viel passiert, was ganz ausschlaggebend und wichtig war. Du musst dir überlegen und das ist jetzt natürlich auch wieder, wir sind ja nicht im Privaten, aber ich habe dort geschuftet für sehr wenig Geld. Ich habe da, glaube ich, 350 Euro im Monat bekommen. Mark wahrscheinlich. Bin dann ja schon nach Hamburg gezogen. Mark oder Euro? Ne, ne, das war dann Euro. Ich glaube, das war 2002 oder was. Ne, irgendwie so. 2002, 2003, weiß ich nicht mehr genau. Nur habe ich da halt geschuftet. Wir reden hier wirklich von 14 Stunden am Tag. Eigentlich fast immer. So, 350 Euro. So, die Wohnungen haben natürlich nicht so viel gekostet wie heute, aber die Wohnung hat auch fast 500 Euro gekostet. Also ich konnte noch nicht mal die davon bezahlen. Und das jeden Tag. Geschuftet, geschuftet, geschuftet. Dann auf meinem Reggae-Film. Ich hätte überlegen, ne? Für mich war das alles Babylon irgendwann. Ich habe dann die Werbeleute gesehen und habe gesagt, nein, Mann, niemals werde ich Werbung fotografieren. Niemals werde ich Mode fotografieren. Die können mir alle im Buckel runterrutschen. Weißt du? Ich fand das alles eklig. Ich fand das alles Babylon. Alle verstehen mich nicht. Nur die Rastas wissen, was es geht. Weißt du, was ich meine? So. Und war dann erstmal total anti. Ich habe gesagt, wenn ich hier fertig bin, dann werde ich das nicht machen. Weil ich fand so, du hast ja die Mentalität. Ich habe das vom Aufbau bis zum Abbau gesehen. Wie Leute sich ansmilen und sich nicht abkönnen und solche Geschichten. Einfach für mich, ne? Und wie gesagt, dazu natürlich die Indoktrination. Wie nennt man das? Indoktrinierung. Whatever. Also der Einfluss von Reggae. Dazu von der ganzen Kultur. Die mich dann natürlich nochmal alles anders. Ja, das war einfach nicht dann deine Welt. Ne, das war nicht meine Welt. Du hast einen anderen View auf das Ganze gehabt. Dann war ich fertig. So, damit wir mal weiterkommen. Dann war ich fertig. Und, ähm, was mache ich jetzt? Womit verdiene ich Geld? Ne? Wie? Ne? Und dann kommen wir wieder zurück zu Reggae. Witzigerweise war es so, dass ich mich tatsächlich, das war eine, eine, eine totale Schnapsidee quasi. Wenn du es so betrachten möchtest. Eines Tages laufe ich wieder durch die Plattenläden und sehe irgendwie, ich glaube, das war tatsächlich sogar ein Cover von Gregory Isaacs und dachte mir, Alter, wie scheiße ist das Cover? Das geht ja nicht. Wie scheiße. Das kann ich besser. Das kann ich besser. So naiv. Wie gesagt, das kann ich besser. Das war ein Weg für mich zu sagen, ey, wenn ich das irgendwie schaffe, das möchte ich gerne tun, kann ich Teil der Kultur sein, Teil der Industrie, ohne in irgendeiner Weise jetzt, ne, anstatt mir jetzt irgendwie Dreads wachsen zu lassen und Musik zu machen und inappropriate zu sein, wie man es heute nennt, habe ich gesagt, irgendwie kann ich doch was zurückgeben, kann ich dieser Musik etwas geben und zwar, hey, mein Hero kriegt ein geiles Cover und ich gucke, dass ich das irgendwie schaffe. Weißt du, weil ich habe mich irgendwie aufgeregt, weil ich dachte, all diese Cover waren so, so schlecht, also sehr viele davon waren so schlecht und ich dachte mir, die hat doch was Besseres verdient. Kann ich besser, dachte ich mir. Ja, das gehört ja auch irgendwie, ja, weiß man eigentlich gar nicht genau, ob das auch eigentlich zu dem Mindset oder der Culture gehörte oder warum da einfach vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben nicht so ein Augenmerk drauf gelegt worden ist auf die Cover. Ja, nee, das liegt eher daran, dass einfach gar kein Geld da ist. Also, natürlich war bei dem einen oder anderen Artist auch in den 90ern auch sehr viel Geld geflossen, aber klar, Mindset, Bezahlung von Leuten und so weiter ist nochmal ein ganz anderes gewesen, aber was Labels steckten dahinter und, und, und. Wer hat sie denn gesigned am Ende? Wie viele haben denn einen dicken Deal bekommen? Viele waren verdammt berühmt bis heute, aber hatten nicht den notwendigen Deal oder Backup, irgendwie ein dickes Label, was da richtig Arbeit reinsteckt und so weiter. Da wird dann lieber irgendwie ein Lightskin Sean Paul genommen, der in den Staaten lebt und dann wird der hart gepusht. Aber nix gegen Sean Paul. Sean Paul ist ein mega geiler Dude und hat viel für Danzoll getan, aber einfach, es ist tatsächlich hier auch eine Sache, dass Jamaica, also wie viel Reggae hast du im Radio gehört? Egal wie viel gute Musik es gab und so weiter. Das ist natürlich, da ist ein Gefälle. Da ist ein Gefälle und da ist natürlich auch, dann reißen sich Leute darum, irgendeinen krassen Popartist zu fotografieren, aber es hat sich keiner darum gerissen, irgendwie einen jamaikanischen Act zu fotografieren. Weißt du? Also da sind viele Faktoren, denke ich, die dazu geführt haben, dass einfach da A, kein Verständnis für war, dafür Geld auszugeben, B, irgendwie auch nicht wirklich vielleicht jetzt das Geld da war oder übrig war, um zu sagen, ich gebe jetzt 10.000 Euro für ein Cover aus oder so. Und dann eben vielleicht auch nicht die Notwendigkeit. Und dann kamst du, hattest du eben dann diese Vinyl-Cover in der Hand und dachtest, Ja, irgendwie, ich möchte was zurückgeben, das kann ich besser, ich würde so gerne mal ein eigenes Cover in der Hand halten und so ein kleiner Traum. Wie mache ich das jetzt? Dann bin ich tatsächlich, habe ich mir so im Kopf meinen Plan gemacht und bin dann losgelaufen, bin zum Wagenbau gegangen, bin zu verschiedenen Clubs gegangen, damals noch Fundbüro und so weiter, habe mit den Leuten gesprochen, habe gesagt, ey, ich mache euch Partyfotos. Ja, Appel und Nei habe ich damals gefragt, ich mache euch Partyfotos. Schwuppsdiwupps hatte ich meine ersten Jobs so und habe angefangen, Partyfotos zu machen mit dem Hintergedanken, ja, so komme ich ja Backstage. Ne? Und dann habe ich diese Partyfotos gemacht und habe dann natürlich die Promoter kennengelernt und so weiter. Wer macht die Partys, wer sind die DJs und so weiter. Davor muss ich auch noch ein Big Shoutout zu Las Vegas. Big Mann hatte die hotteste Party on Monday immer im Wagenbau, ne? Downtown Rockers hieß das, es war jeden Montag die geilste Reggae-Party in der Stadt war montags und nicht am Wochenende meiner Meinung nach. Treasure Island am Wochenende war auch geil, aber Downtown Rockers waren, ey, sagen wir mal, 300 Leute waren Standard da auf dem Montag. Und ging richtig ab, alles auf Platte noch gewesen, alles von Platte gespielt und geile Acts auch da gewesen teilweise. So, und da habe ich dann halt Lars auch kennengelernt und dann führte eines zum anderen. Ich habe dann das geschafft, dass ich dann eben Backstage bin, stand dann auf den meisten relevanten Clubs auf der permanenten Gästeliste und bin so an meine ersten Backstage-Porträts von Künstlern gekommen. Habe mich da quasi so mit reingesneakt, habe mich mit allen gut verstanden und zack, hatte ich dann meine Fotos und durch Lars dann, der dann halt immer gute Bookings gemacht hat im Reggae-Bereich, der hatte mir auch dann Bescheid gesagt, pass auf, wir sind morgen im Studio, komm vorbei. Das war, glaube ich, dann so 2005, habe ich dann Perfect getroffen, der gerade da an seinem Debütalbum gearbeitet hatte und hier auf Tour war und habe mit ihm, das habe ich auch gerade drüber gepostet, auf IG hast du vielleicht gesehen, habe dann halt ein paar Fotos gemacht, die ganze Nacht die bearbeitet, die ich im Studio, also der hat halt ein paar Songs aufgenommen und Dubplates und solche Geschichten. Dubplates sagt euch vielleicht nichts, dir nichts. Kennst du den Dubplates? Dublates? Dubplate? Dub, sagst du auch. Also Dub, ja. Also das ist so, das ist kein Dub-Music, Dubplate bedeutet eigentlich, du gehst zu einem Künstler und sagst, hey, ich möchte den Song von dir, aber sag dabei meinen Namen und sagst, dass ich der Geilste bin und alle anderen scheiße sind und im besten Fall auch, dass ich alle anderen kill. Und dann damals gab es dann so Soundclashes und dann haben DJs gegeneinander gespielt und je böser die Lyrics umgeschrieben waren und je bigger der Song war, desto besser natürlich, um sich dann gegenseitig zu bekämpfen. Quasi, ja, ein DJ-Battle. Aber nicht mit Skills in Form von Scratchen und so weiter, sondern mit Songs. Auf jeden Fall hat er die da aufgenommen. Ich habe die Fotos gemacht. Nächsten Tag bin ich, also ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet quasi, habe die Bilder bearbeitet, um die unbedingt zu zeigen. Nächsten Tag war im Studio, habe ich ihm die gezeigt. Er guckt sich die an, sagt, wow, ey, yo, Picture-Man, wicked, ne? Keine Ahnung. Ja, daher kann man auch Picture-Man. Du machst mich fertig, Alter, wenn ich dir das alles erzählen soll. Jetzt muss ich noch sagen, woher Picture-Man kommt. Tatsächlich kommt es daher, weil viele Jamaikaner mir immer gesagt haben, yo, Picture-Man, teka-Foto, teka-Foto, ja? Und ich immer so, alle Picture-Man, Picture-Man. Und dann dachte ich, ey, packe ich einen Jar rein und dann habe ich einen geilen, aka, so, Picture-Man, ihr seht mich. Auf jeden Fall. Und dann habe ich mich Picture-Man genannt. Auf jeden Fall habe ich dann ihm die Bilder gezeigt, er fand die super und er ist direkt an sein Telefon, hat seinen Manager angerufen, hat gesagt, hey, übrigens war sein Cover für sein Debütalbum schon fertig und hat sein Manager gesagt, nein, Mann, ich schicke dir jetzt ein Foto, mach ein neues Cover. Und ich stehe dann nur so und er so, ey, geil. Ich kriege mein erstes Cover, was ich mir gewünscht habe, wie ich es dir erzählt habe. Ich hatte mir es ja gewünscht, ein internationales, ein Reggae-Cover zu haben von einem waschrechten Reggae-Artist. Boom. Da war es auf einmal. Und ich war mega happy. Wann war das? Welches Jahr? Das war 2005. Sehr geil war auch noch, ich hatte mir immer so kleine, für mich aber große Ziele gesteckt, wie Rhythm-Magazin. Rhythm-Magazin ist ein Reggae-Magazin, wie die Juice, nur für Reggae. Und das habe ich mir natürlich immer gekauft, wenn es rausgekommen ist. Und war auch so, ey, für die würde ich so gerne arbeiten, ich würde so gerne mal ein Foto da drin haben und so weiter. Geht's wieder weiter. Las Vegas, Bigger Bersel. Er hatte Queen Omega in der Stadt und meinte, ey, kannst du irgendwas mit ihr machen? Die ist ein paar Tage hier und an dem Tag kann ich irgendwie nicht. Und dann nimm doch mal was mit ihr. Kannst auch Fotos machen oder whatever. Alles klar, Kamera eingeparkt, boom, ihre Mutter war auch dabei und so weiter. Dann bin ich mit ihr über den Dom, aber tagsüber, wo alles noch geschlossen war, habe Bilder gemacht. Dieses eine Bild, was ich richtig gut fand, habe ich zu Rhythm geschickt. Einfach als E-Mail. Warum nicht? Direkt eine Antwort bekommen, hey, wir haben gerade ein Interview mit ihr gemacht und wir bräuchten das für eine Double-Page. Nice. Boom, bang. Und schon war ich im Impressum von der Rhythm und seitdem arbeite ich auch für die. Also das blieb dann auch. Dann haben die mich wohin geschickt. Ich konnte immer, wenn ich was Neues gemacht habe, dort eben die Sachen hinschicken und wir sind Freunde geworden. Pete und Ellen, Bigger Beerself, Sameway, Family Thing. Auf jeden Fall, die beiden sind mir sehr ans Herz gewachsen und da muss ich auch nochmal Danke für alles sagen. Waren immer einfach von Anfang an richtig, richtig herzlich die beiden und arbeiten auch an diesem Magazin bis heute mit Herz und Seele und auch wenn das echt nicht einfach ist, heute noch Print zu machen und so weiter. Also habe ich großen Respekt vor. Ja, die sind ja nach wie vor dabei, ja. Genau. Und ja, dann habe ich, also ich stehe bis heute im Impressum und mache auch hier und da nochmal was dafür. Ist natürlich jetzt weniger geworden. Ich war früher immer für Rhythm dann auf die Festivals gefahren und so weiter. Ja, und dann hatte ich meinen zweiten Meilenstein erreicht. Dann war ich auf einmal freier Mitarbeiter bei Rhythm. Nice. Genau. Und dann ging das immer so weiter. Immer kleine Ziele gesetzt. Ja, aus einer Schnapsidee wurde dann ein Beruf quasi. Aber es war auch gleichzeitig so, hey, was mache ich mit meinem Leben? Und das ist geil. Das ist meine Passion. Und ich kann hier mit meiner Passion zu der Musik, ja, eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ja, das Visuelle ist auch meine Passion. Früher, auch witzigerweise, ich habe sehr viel, immer noch, bis heute immer gerne Filme geguckt, auch wenn es heute nur noch schlechte Filme gibt. Aber, fast zumindest, habe ganz viel so, so quer fotografiert. Ich habe immer im Film gedacht eigentlich, in der Fotografie, weil ich so geprägt war von den ganzen Filmen, die ich geguckt habe und so weiter. Also von der Ästhetik. Ja. Was mich musikalisch einfach geprägt hat. Geprägt hat. Und was auch mein Empfinden für Ästhetik geprägt hat. Das waren einige Stufen. Meine Schwester und ich, wir haben am selben Tag Geburtstag, aber sie ist fünf Jahre älter als ich. Deswegen hatte ich halt immer eine große Schwester und die hat halt Hip-Hop gehört. Und so hat mich halt schon als kleiner Junge dann mit Gravediggers, Ice-T, alles mögliche, Wu-Tang und so weiter, gefüttert und immer MTV geguckt, MTV Yo Raps und den ganzen Kram, den es damals gab, halt, bin ich auch dankbar und glücklich, dass meine Schwester damals so coole Mucke gehört hat, vor allen Dingen. Aber das ging dann halt weiter und tatsächlich hatte ich mit 14, mit 14, denke ich, oder mit 15, ich bin mir nicht mehr sicher, durch den Film Dead Presidents, weiß nicht, habt ihr dir was sagt, vor allen Dingen, den Young's Huge Brothers, die auch Book of Eli gemacht haben, aber damals halt, ganz jung waren. Dead Presidents, für mich nach wie vor, der beste Soundtrack, den es jemals gab. Also jeder, der den nicht kennt, sollte auf jeden Fall sich das mal reinfahren. Viele Filme danach, haben viele Songs davon, die in dem Soundtrack schon drin war, auch benutzt. Ach echt? Ja. Und der Film hat mich weggeflasht und die Musik hat mich weggeflasht. Wir reden hier von Temptations, Isaac Hayes, Curtis Mayfield und so weiter. Solche geile Mucke halt. Teddy Pendergrass und so weiter. Und das hat mich so gecatcht und hat mich dann auch geprägt, dass ich dann wirklich ausschließlich, tue ich ein bisschen Hip-Hop noch und so, nur diese Mucke gehört habe für eine Zeit. Also hat in der Schule keiner verstanden damals. Was ist mit dem los? Was hat er für Mucke? Weißt du? Ich fand's mega geil. Ja und heute, eben Stichwort Einfluss, dann ein paar Jahre später erst. Bis jetzt noch. Bis jetzt gucke ich noch und denke immer noch an diesen Film und an ästhetische Sachen daraus, wie ich sie vielleicht nochmal umsetzen könnte. Wie ich mal wieder, ich bin gerade so ein bisschen auf dem Revival-Flavor, wo ich sage, irgendwie habe ich Bock, so die wichtigen, einschneidenden, Erlebnisse irgendwo auch in meiner Arbeit wieder mal einfließen zu lassen, wieder so Sachen, die ich vielleicht noch nicht bearbeitet habe, aber die mich extrem geprägt haben. Wie kann ich die nochmal mit reinbringen? Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Also mir fehlt auch so ein bisschen diese Deepness von Dingen von früher. Ich glaube, dass ich gerade so ein bisschen mich hinterhersehne, ein Album hundertmal zu hören oder einen Film 25mal zu gucken. Weil man auch nur den gucken kann dann erstmal. Nee, weil der so geil war. Wann habe ich das letzte? Weil man eben auch nichts anderes hatte dann. Nö. Dass man nicht abgelenkt wird. So meinst du das? Ja, nee, aber ich bin dann regelmäßig, wie ich Platten gekaufen gegangen bin, bin ich auch Filme kaufen gegangen. Aber die Sache ist einfach, wann hast du das letzte Mal einen Film gesehen? Und da möchte ich jetzt mal eine ehrliche Antwort, den du Bock hattest, mehr als zweimal zu gucken. Ja, ganz selten hat man dann Bock, aber man macht es dann natürlich trotzdem nicht. Wann das letzte Mal? Kein wenig dran. Siehst du. Und wie oft in deiner Jugend hast du einen Film geguckt, von dem du gar nicht genug kriegen konntest? Ja, ständig. Ständig. Ja, das ist die Frage, ob das an der Auswahl und der besonderen Art der Filme damals zu tun hat oder ob das einfach auch Zeitthema ist. Nee, das war die Machart. Glaub mir. Zeitgeist ist oder ob das Stichwort Zeit ist oder einfach auch viel mehr an Content, den es heute gibt. Glaubst du, dass es nur an der Machart liegt? Ich glaube, dass es zu 80% an der Machart liegt. Das ist alles sehr flach geworden. Wenig Überraschung und so. Natürlich, je älter du wirst, hast du schon jedes Konzept eines Films gesehen, so ungefähr. Kommt wenig Neues und so weiter. Ab und zu ist mal ein Film dabei, wo du sagst, okay, das ist deep, das ist wertvoll irgendwie. Das war geil, das war ein Erlebnis. Aber die meisten Filme, die du dir anguckst, guckst du dir an und dann hast du das schon abgeschlossen, bevor der Abspann läuft. Hast du damit schon abgeschlossen. Da ist nichts Neues. Da ist kein neuer Input für dich drin gewesen. Da ist keine neue Inspiration. Da ist gar nichts. Außer Zeitvertreib dabei gewesen. Und genauso sieht es leider bei der Musik aus, was sich jetzt langsam ein bisschen bessert. Es kommen ja wieder Alben raus. Es kommen ja wieder Alben raus, wo Arbeit reingesteckt wurde. Viele Alben, da ging es ja nur noch um Singles. Tatsächlich. Da war nicht mehr so, dass sich irgendwie Leute drei Jahre, fünf Jahre eingeschlossen haben, wie damals, um ein Album aufzunehmen. Weißt du, wo dann nachher einfach ein Masterpiece rauskommt, sondern dieses Schnelllebige und so weiter. Und ich glaube, dass nach und nach jetzt auch realisiert wird, dass vielleicht es besser ist, ein Werk zu erschaffen als einen schnellen Hype. Ich hoffe wieder drauf. Wobei ich das eigentlich denke, dass das eine das andere nicht ausschließt. Man kann schon auch regelmäßig Sachen veröffentlichen. Das ist jetzt egal, ob Musik oder Film. Im Film ist es natürlich alles noch ein bisschen aufwendiger und bedächtiger, aber gerade in der Musik. Ich verstehe das und sehe die Alben von damals, von früher, wo es eben noch klassische Alben produziert wurden, auch sehr hochwertig an und sehe auch, was da nicht nur an Arbeit, sondern an Konzepten eigentlich sich überlegt wurden, um dann einfach diese eine Platte rauszubringen. Gleichzeitig ist das ja nun mal anders als damals, heute einfach einfacher, deine Ideen komplett heraus. Es kommt auch viel guter Stuff raus. Komplett sofort zu veröffentlichen. Damals hatten sie ja auch nur begrenzte Kapazitäten. Du weißt, was ich meine. Die Möglichkeit, egal ob finanziell oder weil irgendein Label reingeredet hat. Voll. Ich finde das ja auch geil. Der Künstler selber sich auch hier eigentlich ein Gefängnis reinbegeben hat, auch im Rahmen seines Perfektionismus etc. Also viele Elemente, die dann eine Rolle spielten, warum dann auch so ein Album drei, vier Jahre gedauert hat. Und ich bin eigentlich von dem regelmäßigen Veröffentlichen und Kommunizieren von dem, wofür du stehst, eigentlich Fan. Veränderung ist nichts Schlechtes. Und wir können auch nicht über alle Genres reden. Wenn wir wieder zurückkommen zu jamaikanischer Musik, dann ist das nichts Neues. Jamaika war schon immer Veröffentlichungs-Madness. Weißt du? Ich meine, so Leute im Yellowman. Yellowman hat in einem Jahr damals, das ist ein long time ago, hat Yellowman 17 Alben in einem Jahr rausgebracht. 17 Alben. Auf Glade. Also insofern ist es gar nicht so neu, so viel rauszubringen. Nur generell hatte ich eine Zeit lang einfach so wirklich so, Diebnis hat mir gefehlt. Generell. Trotz allem denke ich zum Beispiel jetzt, in Corona-Zeiten ist viel geile Mucke entstanden. Leute haben sich eingeschlossen und produziert. Und Stuff gemacht. Ich glaube, für die Musik war das jetzt, außer finanziell jetzt vielleicht, gar nicht so eine schlechte Zeit. Also Künstler, die normalerweise die ganze Zeit auf Tour gewesen wären, konnten Mucke machen. Actually. Weißt du? Ich glaube, da ist vieles entstanden, was sonst auch nie entstanden wäre. Und da ist viel guter Kram auch bei rumgekommen. Also ja, es hat immer alles seine Pros und Kontras. Ja, naja, aber interessant. Nee, generell so Film und Alben, da ging es aber so darum, dass einem so ein bisschen der Tiefgang fehlt und es so schwerfällt, was zu finden, was einen wirklich begeistert. Aber ich sag mal so, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass man schon alles gehört und gesehen hat. Das kann man auch jetzt nicht so entscheiden. Das ist so genauso, wie wenn du dir eine Komödie heute anguckst und sagst, Bro, den Witz habe ich vor 20 Jahren schon zehnmal gesehen. Und die neue Generation hat den Witz aber noch nicht gesehen. Die kann da noch drüber lachen. Ja? Weißt du? Das darf man immer nicht vergessen. Du denkst dir, wie kann man diesen Witz noch im Film bringen? Weißt du? So. Eine Achtjährige und ein Achtjähriger oder ein Zehnjähriger, die haben diesen Witz noch nie in ihrem Leben gesehen. Die können den Film ja nicht kennen, wo du es schon neu erkennst. Deswegen kannst du das sowieso unendlich wiederholen, weil immer eine neue Generation darüber wieder lachen wird. Ja, und Draggy, Dancehall, Jamaica, woher kommt diese Liebe? Wie hat sich die entwickelt? Du hattest ja auch gesagt, dass recht früh wurdest du davon beeinflusst. Das war immer ein Hip-Hop-Head. Deutschrap haben wir auch gehört früher. Der war in den 90ern auch noch okay. Da gab es noch irgendwie ein bisschen deeperen Shit, würde ich sagen. Nichts, dass es jetzt alles total schlecht ist, aber ich kann mich heute nicht mehr mit Deutschrap so identifizieren wie damals. Früher war alles noch so mehr mit der Kultur verknüpft. Fiddy, Breakdance, Lyrics, Freestylen und der ganze Kram und heute ist das alles fast noch Selbstdarstellung. Und das ist, glaube ich, das, wo es für mich dann so nicht mehr so ganz interessant geworden ist. Aber früher halt Ami-Rap, viel New York-Rap auf jeden Fall. Und irgendwann war ich ja wieder Plattenshoppen und habe dann so eine Platte gekauft von Dellinger. Wie gesagt, ich muss es sagen, ich will jetzt nicht als der letzte Kiffer hier dastehen, aber ich habe viel gesmoked und das ändert auch etwas. Wenn du damit anfängst, muss ich sagen, öffne das eine Tür. Ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich so oder so da und du musst dann auch, wenn du einmal geraucht hast, glaube ich, die Tür nicht noch weiter aufmachen. Die ist dann schon da offen. Aber es hat irgendwie zum Nachdenken angeregt. Und auf einmal wurde man so ein bisschen kritischer, politischer und so ein Kram. Das kann aber auch mit dem Alter zu tun haben. Ich kann es nicht beweisen. Aber das alles zusammen und dann haben diese Texte, dieses ganze Sozialkritische, die ganzen Missstände auf die Reggae, früher war ja Conscious Reggae tatsächlich big gerade. Da ging es um Unity, um Gerechtigkeit, um Justice, all diese Sachen, um alles, was auch so schief geht, um Babylon viel und so weiter. Es war weniger Spaßmusik, es war eher so Predigen. Und das hat mich halt vieles, das hat mich da angesprochen. Gerade, weißt du, diese Themen wie Rassismus und so weiter, das war für mich schon immer wichtig. Ich bin optisch nicht großartig zu unterscheiden von einem Deutschen, aber habe auch auf dem Land meine Probleme gehabt und so weiter, was überhaupt nicht gleichzusetzen ist mit dem, worüber Reggae redet. Aber ich konnte mich trotzdem dadurch so ein bisschen reinversetzen, so das Ganze. Und habe eben die Kultur geliebt, die hauptsächlich von, die eigentlich nur von Schwarzen kommt und somit mich auch solidarisch gefühlt der ganzen Kultur und den ganzen Menschen gegenüber. Somit habe ich das gefühlt, was dort gesagt wurde, dieser ganze Schmerz, Ungerechtigkeit und so weiter. Und das hat mich getatscht. Und da dachte ich mir, hey, fuck, die Jungs haben Plan von dem, was in der Welt falsch läuft. Hinterher, muss ich auch ehrlich sagen, wenn du dann das so worshipst und das alles so auf den Podest stellst und das ist alles richtig und so weiter, ist es auch nicht der richtige Weg. Ich habe hinterher auch vieles gesehen, was hypocritical in der Szene ist, teilweise und so weiter, dass Leute viel nicht practisen wollen. Und they preach und all so ein Kram. Nichtsdestotrotz, der Kern der Information und der Kern der Aussagen ist richtig. One love, weißt du, unity, all die Sachen, equality und trotzdem dabei auch ein bisschen militant und kämpferisch bleiben, damit sich auch was bewegt. Fand ich geil. More fire. Und das vorher hast du ja dann letztendlich in die Fotos reingebracht. Genau. Es war wirklich auch so, es hat sich eigentlich gefühlt, ich muss das machen. Das macht ja sonst keiner. Wenn ich die Fotos nicht mache, macht die ja keiner. Weißt du, so tatsächlich. Ja, das ist dann unsere richtige Mission für dich geworden. Ja, total. Und gleichzeitig auch wieder, da kommen wir wieder zur Kindheit zurück, wir hatten immer viel Kunstbücher zu Hause, Fotobücher. Und einfach diese Erinnerung, wie ich als Kind immer und immer wieder durch diese Foto- und Kunstbücher durchgegangen bin. Wo auch alte, weißt du, Bücher über Jimi Hendrix oder whatever. Der Gedanke, dass ich einmal, wenn ich jetzt damit schon anfange, in 10, 20 Jahren vielleicht auch so ein Buch habe, wo du dann Young sonst wen drauf hast, der jetzt schon alt ist und du hast noch Bilder von dem, wenn er jung ist und dieses Archiv zu haben und Bücher machen zu können, das war so ein Traum. Und mittlerweile gucke ich auf Bilder, die ich 2.5 gemacht habe oder was weiß ich und ich habe den Effekt schon. Ja, das wollte ich sagen. Also wenn man einfach nur mal, nicht nur dein Instagram, da sind ja auch immer mal mehr, mal weniger Bilder dann drauf. Ja, wenn man sich dann so dein Portfolio anguckt, was du bereits schon gemacht hast, also egal, ob nur ein Instagram oder auf deiner Homepage, die ja auch sich immer mal verändert und mal wieder neue Fotos drauf sind, da ist es ja schon beachtlich, wenn man da nur mal ein paar Namen rauspickt, mit wem du da zusammengearbeitet hast. Also sei es The Kongos, Pop Khan, Sean Paul, Himself, Carly P, Chronics, Vibes Kartell, Don André. Habt ihr ja auch, hast du ja ein Videomusik gemacht? Genau, dazu muss ich natürlich sagen, dass Vibes natürlich schon im Knast gerade sind. Und letztendlich ja bis in den letzten zwei Jahren, das war ja sehr auffällig für mich, sehr stark im Deutschrap unterwegs war. Ja, so drei Jahre jetzt circa. Oder drei Jahre sogar. Ja, das ist aber auch, das ist ja das Geile, ich sag ja immer, Fotografie limitiert dich null. Wenn ich morgen irgendwie meine Lebenserfüllung im Hamsterzüchten finde, dann kann ich Hamsterfotos machen. Weißt du? So, wenn ich auf einmal Autos geil finde, mache ich Autofotos. Ich kann immer meine Leidenschaft der Fotografie anpassen an das, was ich toll finde. Für immer. Das kannst du immer so weitermachen. Wenn ich morgen Heavy Metal gerne mache, dann mache ich halt Fotos von Heavy Metal Leuten. Das will ich nochmal sehen. Ja, nein, aber das ist ja das Geile. Auf jeden Fall. Das ist das, warum, und ich kann dir sagen, alles, was in meinem Leben steady geblieben ist. Oder, das sind einige Sachen, aber ist die Liebe zu Musik, ja, die Liebe zu Skateboarding. Liebe zu Reggae? Ja, aber das brauche, das würde ich jetzt unter Musik abspeichern. Und die Fotografie ist steady geblieben. Das Wichtige daran ist, es gibt so viele Dinge im Leben, die begleiten dich nur für einen Abschnitt. Und finde mal was, was du machen kannst als Job, was dein ganzes Leben lang für dich interessant bleibt und dir Spaß machen kann und sich vor allen Dingen immer auch an die Veränderung deines Lebens und deinen Vorlieben mit anpassen kann. Da gibt es ganz wenig. Es kann nur künstlerisch sein. Also, ne? Ja. Es kann nur künstlerisch sein, aber in der Fotografie kannst du jeden Bereich des Lebens und der Fantasie abdecken und das ist extrem geil, weil du so niemals an den Punkt kommst, wo du sagst, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich kann das nicht mehr. Aber du kannst dann einfach deine Fotografie mit ändern. Das finde ich geil. Gibt es so Momente, wo du denkst, du hast gar keinen Bock zu fotografieren? Total. Was sind das für Momente? Ist das dann, wenn da einfach Sachen anstehen, auf die du gerade keinen Bock hast, weil das so typische Sachen sind, auf die du keinen Bock hast? Oder ist das Tagesabhängig? Ja, man wird immer anspruchsvoller mit der Zeit. Wenn Dinge nicht so richtig durchgeplant sind, habe ich manchmal keinen Bock. Dinge überstürzt werden und so hopp, hopp gemacht werden müssen, ohne so ein richtiges Konzept und so, habe ich auch manchmal keinen Bock. Ich bin jetzt schon so ein bisschen verwöhnt geworden. Ich habe es gerne alles schon geil vorbereitet. Ich habe gerne ein geiles Team und so weiter. Und natürlich, das Spontane ist auch immer was Schönes, aber das hole ich mir dann eher privat. Da sage ich einfach, hey, ich mache jetzt etwas, was sich überhaupt nicht beeinflussen kann. So wie zum Beispiel auf dem Festival einfach Backstage chillen. Und dann gucke ich mal, was passiert. Und dann komme ich nachher doch irgendwie mit drei Porträts nach Hause, wo ich sage, hey, das ist einer der wichtigsten Porträts für mich, die ich je gemacht habe. Zum Beispiel. Aber wenn es um Jobs geht, dann, ja, manchmal hast du keinen Bock. Manchmal willst du auch einfach auf der Couch weiter pennen oder sonst was machen. Aber sagen wir, sobald ich am Set bin, habe ich Bock. Und ich finde das auch immer interessant, weil das ja auch immer eine stetige Frage ist, ohnehin, die ja jeden Menschen ständig, selbst wenn man wahrscheinlich die Passion gefunden hat, trotzdem immer ein fortlaufender Prozess ist und Überlegung ist, so, was will man im Leben, womit will man Zeit verbringen. Und das ist ja eigentlich der Optimalzustand, wenn man sagen kann, dass man mit der Passion, mit der Leidenschaft seine Zeit verbringen darf und kann und sogar damit noch Geld verdienen kann. Absolut. Es ist mega, mega krass und man kann einfach nur dankbar dafür sein. Also man kann sich gar nicht beschweren darüber, weil es einfach toll ist und weil es einen auch antreibt und weil man es so oder so machen würde. Sag ich mal so, ne? Irgendwie würde man es so oder so machen. Was, glaube ich, manchmal schwierig ist, dass wir als Künstler, sage ich jetzt doch mal, ja, dass wir als Künstler auch nur einen Akku haben. So. Und der wird natürlich, je nachdem, an welchem Status du hast, wie viel Geld du für deine Arbeit bekommst und so weiter. Aber was ich dir auch schon sagte, es wird einfach auch mal viel von einem verlangt, dass du halt die Art Direction, was du alles übernimmst. Dass du eigentlich als eine Person die Arbeit von einer Werbeagentur machst. Heißt du? So. Und manchmal ist es dann doch anstrengend, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich habe jetzt vier Jobs gemacht. Dann kommt der nächste und dann musst du schon wieder auf Knopfdruck, obwohl du jetzt sagst, eigentlich brauche ich jetzt mal zwei Wochen Pause oder eine. Musst du auf Knopfdruck wieder für jemanden einfach mal ein Konzept dir überlegen und eine originelle Idee und das halt die ganze Zeit. Du musst die ganze Zeit originell sein. Du musst die ganze Zeit Ideen haben. Du musst die ganze Zeit krass sein und so. Sag mal so, generell so als, das ist ein Druck, der einem Job dann doch manchmal so ein bisschen vermisst, will ich nicht sagen, aber den dann doch manchmal anstrengend macht. Wenn du nicht so den Raum hast, dafür auch mal wieder zu rechargen und auch Kreativität. Kreativität wirst du nicht durch deine Arbeit bekommen, sondern die brauchst du, die Freiräume. Die Freiräume und die Erlebnisse, die brauchst du, um kreativ zu sein. Die Inspiration, die wirst du nicht im Fotostudio finden, die wirst du nicht auf dem Job finden, sondern die wirst du finden, wenn du gerade nichts zu tun hast, aber was mit der Zeit anfängst. Also dafür sorgst, dass du Erlebnisse hast. Und ich habe noch so viele Dinge, die ich dazu sagen könnte, die wichtig sind. Ich empfinde das so, zum Beispiel, ein Fotograf kann auch so gut sein, wie er will. Wenn er ein scheiß langweiliges Leben führt, dann hat er auch kein Portfolio. Du musst dafür sorgen, dass in deinem Leben auch etwas passiert. Du kannst nur das dokumentieren, was du erlebst. Jedes Bild, was du machst, ist ein Dokument deines Lebens. Egal, wo du dich gerade befindest. Ob du jetzt im Fotostudio einen Model fotografierst mit einer verdammt hässlichen Klamotte für einen ätzenden Modehersteller oder auch einem geilen mit einer verdammt guten Klamotte, dann ist das, was du gerade erlebst. Es ist nur ein Dokument deiner Zeit, sozusagen. Und jetzt bist du am Zug und du musst jetzt dafür sorgen, was tue ich denn damit, das, was ich sehe in meinem Leben, auch gesehen werden will. Also musst du irgendwie ein geiles Leben führen. Gar keine andere Chance. Und deswegen war das auch so wichtig, dass ich angefangen habe, so viel zu reisen und einfach dann gesagt habe, ich mache das jetzt hier, wenn ich irgendwie in Kapstadt war. Ich mache jetzt einfach eine Fotostrecke. Ich mache jetzt einfach was. Ich versuche mit Leuten zu connecten. Ich treffe diese Leute. Ich unterhalte mich mit Leuten und dann triffst du zehn Leute. Aber mit zwei Leuten machst du was. Und vielleicht auch nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr oder sonst wann. Aber du musst immer in Bewegung bleiben. Und dieses in Bewegung bleiben ist das Einzige, was dafür sorgt, dass du, egal welches Level du hast, aber dass du interessant bleibst. Und das ist auch wieder so eine Sache mit Corona, die ist jetzt extrem erschwert, interessant zu bleiben. Natürlich kannst du zu Hause hier und da irgendwie auch zu Hause was Interessantes fotografieren und so weiter. Aber ich bin nicht der Mensch. Ich bin der Mensch, der braucht die Impulse und der muss dafür sorgen, dass irgendwas passiert. Ja, und die Impulse kommen eben dann auch mit den Erlebnissen erstmal. Man braucht eigentlich erst die Erlebnisse, die Inspiration, um dann eigentlich kreativ zu sein. Ja, also du kannst nur die Geschichte deines Lebens erzählen. Und ich sage dir immer so, deine Fotografie wird so interessant sein wie dein Leben. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen habe ich mich eben auch damals, das war ja das Geile, als ich angefangen habe, ich habe mich dann eben dort rumgetrieben, wo es für mich interessant war, wo ich das zeigen konnte, was vielleicht gerade kein anderer zeigt. Also jetzt, wenn es einfach mal um die Reggae-Szene geht zum Beispiel, weil dort hat sich keiner dafür interessiert. Sonst wäre ich ja nicht immer der einzige Fotograf der Backstage gewesen. Verstehst du? Mit der Zeit kamen dann immer ein paar noch dazu. Ja, man dokumentiert immer nur sein Leben. Und deswegen habe ich zum Beispiel keine Angst davor, kopiert zu werden. Weil es nicht geht. Keiner kann dein Leben leben. Also kann keiner deine Arbeit kopieren. Es geht gar nicht. Interessanter Punkt, ja. Ja, es funktioniert nicht. Keiner kann da sein, wo du bist, die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt ein Foto mache von dir, so wie du da sitzt, und ich sage, wow, ist das geil, dann merke ich, aber es ist unscharf. Dann will ich es nochmal fotografieren. Selbst ich kann dieses Foto nicht nochmal schießen. Moment ist einfach vorbei. Weißt du? Ja. Deswegen ist auch für mich so der Konkurrenzgedanke auch gar nicht so da. Natürlich denkst du dir so, ah, fuck, jetzt fotografiert der diesen Job, den hätte ich aber auch gerne gemacht. Natürlich hat man das schon mal gedacht in seinem Leben. Aber letztendlich kann dir gar niemand was wegnehmen. Es gibt genug. Wir haben vorher darüber gesprochen, wen würdest du gerne noch fotografieren? Wie viele sind das denn? Es sind unendlich viele. Wie viele potenzielle Kunden gibt es denn? Es gibt unendlich viele. Genug für everybody. Genug für alle. Genug für jeden. Also Jealousy bringt gar nichts, irgendwie jemandem was Schlechtes zu wünschen oder die ganze Zeit immer nur auf diesem Konkurrenzgedanken herum zu reiten, sondern man muss einfach gucken, was kannst du für dich tun? Was du haben willst, das musst du dir dann nehmen. Dafür musst du dann arbeiten. Da gibt es niemanden, der dir das wegnehmen kann. Und wenn es alleine um die Kunst geht, dann kann dir sowieso niemand etwas, weil das ist, wie gesagt, wie ich dir sage, eben nur das, was du daraus machst. Und auch da kommen wir noch zu einem anderen Thema, wo es um Ästhetik geht. Oder nicht mal um Ästhetik, sondern um, um, um. Viele denken ja, du brauchst irgendwie die geile Kamera, um ein geiles Bild zu machen oder was weiß ich. Oder dann hörst du Sprüche und so, ja, aber die Person, die du da fotografiert hast, ist natürlich auch stark. Ja, natürlich. Aber was ist denn die fucking Aufgabe eines Fotografens? Entschuldigung. Ähm... Was ist denn die Aufgabe eines Fotografens? Es ist doch nicht nur sein Handwerk zu können. Es ist doch nicht nur ein scharfes Fotosummel. Es ist doch nicht auszusuchen, was er fotografiert. Völlig irrelevant, ob es einfacher ist, ein tolles Model zu fotografieren, weil sie sowieso gut aussieht. Oder er. Oder einen alten Mann, der einfach Charisma hat. zu fotografieren. Natürlich ist das einfacher, den Geil zu fotografieren. Aber das hat nichts damit zu tun. Es geht darum, dass du dich dazu entschieden hast, diese Person zu fotografieren. Du dir ausgesucht hast, was auf dein Foto kommt. Genau wie ein Maler, der ein Straßenschild malen kann oder sich eine andere Szenerie aussieht. Er entscheidet, was auf dem Bild zu sehen ist. Und dementsprechend ist das Bild dann eben wunderbar oder langweilig oder austauschbar. Ja, und was dann in dem zeitlichen Moment passiert ist. Auch das. Aber ich meine nur, dass es immer kein Argument ist. Ich sage immer, du bist der Creator. Du entscheidest, was auf deinem Foto zu sehen ist. Und ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass man sich dem bewusst ist. Und dass es hier nicht darum geht, was einfacher ist oder schwerer oder was weiß ich, sondern ich bin, wenn es um Fotografie geht, bin ich eigentlich ein Minimalist. nicht, weil das Bild minimalistisch ist, sondern weil der Aufwand minimalistisch ist. Ich kann natürlich auch einen aufwendigen Lichtaufbau machen und so, aber ich bin kein Fan davon. Ich bin Fan von, so wie ich die Situation mir vorgestellt habe, wenn die Person das anhat und so und so aussieht und dort steht, dann ist das geil. Dann brauche ich nicht noch zehn Lampen, dann brauche ich maximal eine. Oder gar keine. Weißt du, lieber dort nicht von Technik abgelenkt, sondern eher gucke ich, dass ich meine Fotos so setten kann, dass ich möglichst wenig dafür brauche. Es sei denn, man braucht viel. Da gibt es dann auch Projekte, wo das möglich ist und dann ist das auch spaßig und geil und dann habe ich ein gutes Team. Und da ist mir auch zum Beispiel wichtig, dass mein Team geil ist. Wichtig, dass ich einen guten Assistenten buchen kann. Mir war aufgefallen, zweimal hast du gesagt, wenn ich mich als Künstler bezeichnen kann oder sowas in der Art. Ja, siehst du dich selber nicht als Künstler? Doch, nein, ja, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Für mich war das immer so ein Wort, was so behaftet ist mit sich über andere Stellen. So Künstler, hoch betitelt. Ich bin nicht wichtiger als irgendjemand anders, weil ich irgendwas mache mit Menschen, die vielleicht berühmter sind oder bekannter sind oder weil ich Kunst mache. Deswegen bin ich kein Fan davon. Ich finde Künstler scheiße. Ich finde Fotografen scheiße. Ich finde, also hört sich jetzt gemein an so, aber dieses Künstlertum, Fotografen-Tum, dieses sich groß tun und wichtig machen, so im Generellen, das finde ich scheiße. Das brauche ich nicht. Das brauche ich absolut nicht. Mir ist es peinlich, wenn mich Leute fragen, was machst du, was machst du, was arbeitest du? Ich bin Fotograf. So fühle ich mich dann. Weißt du, so fühle ich mich dann. Es fühlt sich scheiße an, das zu sagen. Verstehst du? Vielleicht ist das blöd, dass ich so denke, aber ich möchte dem Ganzen nicht so einen Wert geben. Ich mache einfach, was ich mache und ich liebe es. Aber ich möchte dem nicht diesen übertriebenen Wert geben und so wirken, als wäre ich arrogant oder würde das bigger machen, als es ist. Da kommen wir wieder zum nächsten Thema, aber du hast ja keine Zeit. Ich habe Zeit, der Drop ist immer vorbei. Da kommen wir wieder zum anderen Thema, was mir auch so wichtig ist. Ich sage immer, ich kann Menschen nicht verstehen, die sich wegen ihrem Status oder ihrer Position halt über andere stellen. Da bin ich dann auch rigoros. Also ich sage immer, wenn wir jetzt auch wieder mal den Backstage-Raum nehmen und uns den als Beispiel nehmen, dann ist der Typ, der die Getränke in den Backstage-Raum stellt und nachher den Müll rausbringt, genauso wichtig wie ich und der Künstler. Jeder hat den Respekt verdient und jeder sollte auch so behandelt werden. Und es gibt Leute, die aufgrund ihrer Position oder weil sie der Künstler sind, sich einfach scheiße verhalten. Entweder zu dem Müllmann oder eben auch zu mir. Auch das habe ich schon erlebt. Und ich bin der Letzte, der diesen Künstler dann sweetmaust und sagt, ja okay, mit mir kann er es ja machen, weil er ist ja der Big Man. Nee, dann gehe ich nach Hause. Mache ich halt kein Foto. Habe ich keinen Bock drauf. Ich kann das nicht ab. Ich finde, Hierarchien gehören in die Kunst sowieso schon mal gar nicht. Nein, Mann, jeder muss irgendwie gleich respektiert werden. Und ich habe das auch schon gemacht. Ich bin auch schon nach Hause gegangen und habe kein Foto gemacht. Und habe mich gut dabei gefühlt. Fand das nice. Fand das die richtige Entscheidung. Ja, gut. Dann hast du dann letztendlich nur dafür gestanden, wofür du stehst. Ich meine, hey, du bist der Künstler und wenn ich dann vorbeikomme, um für dein Interview ein Foto zu machen und du verhältst dich wie der letzte Arsch und kriegst halt ein Scheißfoto für dein Interview, dann nimm doch irgendeins, was du schon seit 10 Jahren benutzt. Ja? Das ist mir doch dann egal. Ja? So halt. Ja, ja. Kann ja nicht sein. Wer bist du als Künstler, wenn niemand über dich berichtet? Wer bist du, wenn niemand deine Musik veröffentlicht? Wenn niemand deine Gitarre spielt? Who are you? Wenn niemand deine Beats macht? Also alles gehört zusammen. Und wenn niemand deinen fucking Müll rausbringt, was dann? Weißt du? Deswegen kann ich das überhaupt, bin ich total allergisch gegen diese Arroganz. Und du hast gerade Porträts erwähnt. Mein Eindruck ist, dass Porträts auf jeden Fall eine Stärke von dir sind. Also ich persönlich finde, dass du eine wahnsinnige Intimität mit dem, mit dem, mit der Person herstellst und auch eine besondere Atmosphäre und Verbindung eigentlich mit demjenigen entwickelst und herstellst, der gegenüber dir steht. Ja, da habe ich viele Ansätze, wie ich es erklären soll. Aber manchmal klingt das auch einfach blöd. Aber A, scheine ich, die Eigenschaft zu haben oder das Talent, einfach, dass ich sofort gut mit Leuten irgendwie kann. Egal, was das für Leute sind. Ob ich jetzt einen Businessmann fotografiere oder ob ich irgendwie einen Sportler oder einen Artist fotografiere. und egal, was für einen Background der hat. Irgendwie kriege ich es immer hin, dass man sich miteinander wohlfühlt. Egal, wie schnell das gehen muss. Es sind ja teilweise Fotos, die ich dann Backstage mit Leuten gemacht habe. Da habe ich zehnmal auf den Auslöser gedrückt. Aber diese paar Sekunden, die man sich vorunterhalten hat und keine Ahnung, vielleicht wie ich mit den Leuten dann spreche. Ich bin dann, ich sage genau, was ich will. Ich bin dann direkt und so. Aber man merkt, glaube ich, dass ich keine Angst habe. Und das ist auch so ein Ding. Man hat natürlich, wenn man jung ist, gerade wenn man dann berühmte Leute trifft, vielleicht Aufregung, Angst, was falsch zu machen oder überhaupt den Mund aufzumachen. Aber das kann ich immer nur, ich kann es nur im Nachhinein mich selber analysieren. Das passiert ja alles von selbst. Aber ich kann nur sagen, wenn ich mich Backstage gesehen habe, nochmal weiter weg betrachtet, dann sehe ich da 20 Fotografen, die auch Backstage sind. Und die kriegen alle ihren Arsch nicht hoch. Die machen gar nichts. Was die machen ist, wenn ich mir einen grabbe, über meine Schulter fotografieren. So, weißt du? Und ich denke mir immer, ihr habt dieselben Voraussetzungen wie ich hier gerade. Und ihr macht gar nichts daraus. Und ich denke mir immer so, nee Mann, ich bin jetzt hier und wenn ich jemanden haben will, dann grabbe ich mir den. Und dann sage ich ihm das. Was kann passieren, außer dass er Nein sagt? Und das ist eigentlich fast noch nie passiert. Ja, und das ist das eine mit Sicherheit, der Mut dann der Situation auf die Leute auch zuzugehen, die man nicht kennt. Auf der anderen Seite auch sicherlich diesen Zugang, den du da dann schaffst, hat sicherlich auch mit Authentizität zu tun. Natürlich. Also du musst überlegen, weil du einfach dann so bist, wie du bist. Ich bin immer, wie ich bin, genau. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe natürlich, das war auch so ein Ding, ich habe mir damals so Padua beigebracht, ich habe mir das reingeprügelt, habe immer Padua auch mit einem Kollegen hier in Hamburg gesprochen und so weiter. Könnte man jetzt auch als inappropriate sehen oder nicht. Aber egal, ich wollte das einfach wissen, wie man das spricht. Und ich wollte, dass sich das gut anhört, wenn ich das mache. Weil wenn du irgendwo backstage sitzt und dann kommt ein deutscher Promoter rein und meint, do you want some water? Ja, zu dem sagt. Und du denkst, oh mein Gott, Bro. Das kannst du aber nicht machen. Das versteht er doch gar nicht. Weißt du, dann willst du halt, ja doch, aber dann willst du halt reinkommen und dann willst du, wenn du mit jemandem sprichst, irgendwie, dann sprichst du halt Padua und dann hast du schon mal einen Stein im Brett. Dann weißt du schon, okay, du hast dich mit der Kultur auseinandergesetzt und so weiter und bist nicht irgendwie irgendein Johnson, den man nicht ernst nehmen kann. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, aber dadurch hat man natürlich schon mal einen einfacheren Access und dann dazu kommt eben noch, dass ich einfach immer schon kontaktfreudig war. Ich habe damals blaue Briefe zu meiner Mutter nach Hause bekommen vom Direktor. Ihr Sohn hat zu viele Freunde, der kennt so viele, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Der hat zu viele Freunde. Da kann irgendwas nicht stimmen. Meine Mutter dachte, okay, was ist da los? Ist der bekloppt? Also der Direktor. Vor allem das Entfernteste, was man einfach... Ja, ich kannte halt Leute übergreifend. Ich kannte halt auch die Leute aus der Oberstufe. Ja, war bei mir genauso. Also egal, ob unter einem oder über einem, man war irgendwie miteinander, ja, kam irgendwie miteinander klar. Genau. Ja, das hilft. Ja, also und dann muss ich dir auch noch sagen, es ist immer, es ist manchmal schwerer und manchmal ist es leichter. Aber ich habe das schon mal gesagt, wo ich auch mal interviewt wurde. Ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrücken soll, aber man muss eine große Sympathie für die Person empfinden in dem Moment. Und ich versuche mich in irgendeiner Weise, wenn man es so nennen will, für einen kurzen Moment einfach so in die Person zu verlieben. Nicht im sexuellen Sinne, nicht im großen emotionalen Sinne, sondern ich muss irgendetwas sehen, was ich schön finde. Ich muss diese Person mögen. Und wenn ich in diesem Moment spüre, dass ich die Person mag, dann siehst du das auch in den Bildern. Und das ist so das Goal. Weißt du, wie schrecklich es mir geht, wenn ich es nicht kann? Also wenn ich jemanden da sitzen habe und sage, ich kann es, ich schaffe es gerade nicht. Ich schaffe das nicht, den jetzt so zu mögen. Das ist schon schwierig für mich dann. Ist das ein Gemütszustand oder ist das dann wirklich tatsächlich? Das ist ein Gefühl, das ist eine Connection. Das ist eine Connection. Ich gucke diese Person an durch meine Kamera. Ich fühle diese Connection. Boom. Da ist sie. Und da kriege ich jetzt mein Porträt. Und da brauche ich auch nicht 500 Porträts, da brauche ich 10 Mal draufdrücken und das eine ist es dann. Zum Beispiel bei den Kongos. Ich habe, glaube ich, teilweise nur 5 Auslösungen. Und da ist 1, 2, 3 davon sind Knaller. Aber wir hatten kurz eine Connection. Und dann läuft das. Ja, das ist nämlich auch so, dass auf vielen der Bildern sieht das so aus, als würdet ihr euch ewig schon kennen. Ja. Da muss ich jetzt mal kurz auf Kontra K zu sprechen kommen. Ja, gerne. Das finde ich, den wollte ich auch jetzt nochmal hervorheben, nämlich von den 3 Jahren Deutschrap. ist ja in Kontra K auch einer der bedeutendsten Acts, auch Live-Acts vor allem, ja auch in Deutschland der letzten Jahre ist. Und du ja sehr viel mit ihm gemacht hast. Er ist das beste Beispiel dafür, was wir gerade besprochen haben. Weil, du musst dir überlegen, ich war auf dem Summer Jam. Hab zu der Zeit überhaupt kein Deutschrap gehört. Überhaupt keinen. Ich fand es einfach nur assi. Bin ich ganz ehrlich. Ja, also zu der Zeit war auch noch mehr Straße als jetzt, glaube ich. so. Ja, ist genau, ein bisschen, die Straße hat ein bisschen abgenommen. Ja, also jetzt sind wir mehr Pop geworden und so weiter. Aber gut, ich bin dann Backstage auf dem Summer Jam und Kontra K hatte tagsüber dort einen Auftritt. Ich kannte ihn nicht. Ich hab noch nie von ihm gehört. Obwohl er schon guten Erfolg hatte. Es war, glaube ich, 2016 oder so. Vielleicht war es auch schon 2015. Ich glaube, es war 2016. Und ich dachte mir nur so, hä, wer ist er denn? Wir sind doch hier auf dem Reggae-Festival. So, gefähr, ne? Aber cool. Krass, die ganzen Jungs Gesicht zugetettet und so weiter. Da hab ich so, ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Ich wusste gar nicht, wer das jetzt ist. Und bin da so rumgelaufen und hat meine Fotos gemacht und einer dieser Jungs hat mich dann angesprochen und meinte, sag mal, willst du nicht auch mal ein Foto von Kontra K machen? Da hab ich gesagt, ja klar, war alles cool. Dann hat er mich hinten reingeführt in den Raum und meinte, ey, mach mal ein Foto mit ihm. Dann meinte ich, ja, lass uns mal rausgehen. Weil ich hatte da mir einen Spot gefunden neben der Eingangstür, wo ich dann alle Porträts gemacht habe. Ich guck dann halt immer, wo krieg ich jetzt in dieser hässlichen Umgebung irgendwo einen Spot, wo wenigstens ein Porträt funktioniert. Hab ihn dorthin geführt und hab dann halt irgendwie kurze, lass es drei Minuten gewesen sein, drei, vier Minuten mit ihm geschootet. Und haben wir kurz geschnackt, Kontakte ausgetauscht, gesagt, hey, ich schick dir das Foto. Ich wusste immer noch nicht, wer er war. Dann bin ich nach dem Festival nach Hause und hab dann mal geguckt, welche Kontakte hab ich denn gemacht, wer kriegt denn jetzt noch Fotos von mir und so weiter. Dann hatte ich dann seinen Kontakt, dann hab ich dieses Bild bearbeitet, dann guck ich auf Instagram und dann so, wow, der hat ja ganz schön Follower, Alter, was das denn? Ja, krasse Nummer. Schick ich ihm mal das Foto. Dann hab ich ihm das Foto geschickt und dann fand er das super und dann hat er das gepostet, dann hat er mich auch getaggt und dann kam bei mir irgendwie so das erste Mal in meinem Leben einfach so 100 Follower wegen irgendeinem Post so bam, bam, bam bei mir und dann hab ich's natürlich auch gepostet und dann war erst mal Ruhe, wir hatten dann nichts miteinander zu tun und ich glaube, ein Jahr später bekomme ich von seiner Managerin Anruf und da, deswegen komme ich darauf zu dem Thema, wieder so, vielleicht so ein bisschen so ein Beweis darüber, über diese Connection, sagt sie mir am Telefon, ja, du hast mal auf dem Festival von Max ein Foto gemacht. Na ja, hab ich gemacht, klar. du, der fand das so nice mit dir, er würde gerne, dass du sein Cover fotografierst, sein nächstes. Und ich so, wow, ja. Ich mein, weiß Gott, wie soll ich sagen, unbeschäftigter Mann, der nicht tausend Termine hat und Shootings und Videodrehs und so weiter, aber nein, er hat sich an mich erinnert. Nach einem Jahr. Wegen drei Minuten. Ne? Coole Nummer. Ich hab mich natürlich tierisch gefreut, hab gesagt, machen wir und seitdem arbeiten wir zusammen. Natürlich ist er kein kleiner Artist, deswegen hat er natürlich auch Möglichkeiten, aber mit ihm kann man halt geile Sachen halt auch realisieren und so weiter. Das ist immer super spannend. Aber daher denke ich so, das kann ich nicht selbst beantworten, nur solche Erlebnisse zeigen mir ja, dass ich ja in irgendeiner Weise irgendeinen Eindruck hinterlasse, wo sich die Leute wohlfühlen. und deswegen auch sagen, ich möchte, dass der das macht, weil da hab ich mich irgendwie gut gefühlt. Weißt du? Und das ist ja natürlich auch gerade für die Arbeit ja auch ganz wichtig, dass die guten Bilder kommen natürlich auch nur zustande, wenn die Person gegenüber es zulässt, dass sie sich zeigt und eben sich auch in Situationen zeigt, die vielleicht auch ein bisschen mal intimer sind. Ja, so intim waren wir jetzt nicht, aber das hat nicht mal Spaß gemacht. Ja, aber es ist klar, natürlich sind Musikcover auch häufig, natürlich Posing, das gehört natürlich auch dazu, aber wir kamen ja von den Porträts, von den Porträtfotos. Ein Porträt ist schon intim. Und genau, das ist ja eine Intimität. Total. Das Witzige ist, dass ich dir jetzt halt nicht beantworten kann. Ich weiß ja nicht, was ich mache. Es scheint nur irgendwas da zu sein, was den Leuten das Gefühl gibt, hey, hier fühle ich mich gerade wohl. Und das ist für mich auch interessant und ich bin dankbar, dass das so ist. Aber ich glaube, ich bin einfach generell in vielerlei Hinsicht einfach anders als viele andere. Ja, einfach weil ich anders aufgewachsen bin, weil ich vielleicht eine ganz andere Empathie habe zu Menschen, auch aufgrund, wie ich aufgewachsen bin, durch meine Erziehung und so weiter, plus den ganzen kreativen Input, den ich immer hatte. Das macht einen am Ende zu einem Menschen, der man dann eben ist, weißt du. Aber das kannst du nicht mehr beeinflussen. Das bist du dann. Und ich glaube, dass diese ganzen Einflüsse, gerade als Kind, auch eine Offenheit gegenüber Menschen und so weiter, alles aus der Kindheit kommt. Und mir heute jetzt Vorteile in meiner Arbeit verschafft. Und meine Mutter zum Beispiel, offenste Mensch, den du dir vorstellen kannst, wenn es jetzt darum geht, mit Menschen in Kontakt zu sein, und war als Kind auch nicht immer einfach, oder als Jugendlicher war sie mir dann oft auch peinlich, wenn sie dann so offen war. Und da, weißt du, gleich mit ihr eben dann gleich am besten tanzen und so. Aber ich liebe sie und bin unglaublich dankbar, dass sie mich eben da auch unterstützt hat, so ein offener Mensch zu werden. Ja. Und die Arbeit mit Contra K, was würdest du sagen, was zeichnet sie aus? Denn ihr habt ja jetzt auch wirklich schon in verschiedensten Projekten zusammengearbeitet. Man könnte ja schon fast denken, dass du der Haus- und Hoffotograf von ihm bist. Also, was zeichnet die aus? Das, was zeichnet die aus? Ich glaube, dass wir ganz gut, dass wir A, einfach gut miteinander klarkommen und einigen können auf Ideen, was ja auch wichtig ist, dass man da jetzt nicht so ein ästhetisches Empfinden hat, was so weit auseinander geht, dass man da überhaupt nicht klarkommt. Wie kann man sich denn das vorstellen, wenn ihr dann an so einem Projekt arbeitet? Kommt dann erstmal ein Creative Director um die Ecke und gibt irgendwas vor? Oder ist es wirklich so, du und er, ihr überlegt euch, was wollt ihr erreichen, welche Atmosphäre wollt ihr schaffen, worum geht das eigentlich? Nein, also jede Idee entstammt aus meinem und seinem Gehirn. Er hat oft sehr konkrete Vorstellungen. Ich kann dann immer was einfließen lassen und ihn dann auch inspirieren. Und ich glaube, das funktioniert bei uns einfach gut. Das ist aber ein Thema, was du ansprichst, Creative Direction, Art Direction und so ein Kram. Am Ende ist das auch mein Job. Am Ende ist das in meinem, also jetzt gelöst von Kontra K jetzt generell, ist das oft auch mein Job. Dass man sehr viel Input geben muss. Dass leider, leider Gottes, oft gerade in der Musikszene dann nicht extra berechnet werden kann. Also am Ende bist du Creative Director, Art Director, Fotograf, Retoucher, alles auf einmal. Und dann wundern sich die Leute, dass der Tagessatz etwas höher ist. Aber hey, normalerweise könntest du das gar nicht realisieren. Wenn du den Job, den wir machen oder den ich mache, wenn du den bei einer Agentur anfragen würdest, dann würde das also, tschau. Denn da kann Universal oder Sony auch nicht genügend Vorschüsse geben. Ja, dafür sollten sie da mal ein bisschen mehr noch ausgeben, damit du da ordentliche Arbeit machst. Nee, aber ja, also ich denke, also ich finde es auch geil, vielleicht, dass ich gar nicht so ein Deutschrap-Fan in der Form bin. Ich kann ganz anders an seine Projekte rangehen. Weißt du? Nicht aus so einem Fandom. Nicht aus so einer, ne, sondern einfach, hey, du machst geile Mucke, du willst geile Fotos, zeig mir den Shit und dann überlegen wir uns, was wir Geiles machen können. Und nicht so voreingenommen an die ganze Sache rangehen muss. Ja, es muss einem bestimmten Klischee entsprechen oder ein bestimmtes Bild hervorrufen. Ja, nö, gar nicht. Und, ja, also, und das, ja, wir kommen einfach klar, würde ich sagen. Kommen einfach super klar. Gibt es jemanden national, international, den du gerne mal fotografieren würdest? Oh, schwierige Frage. Wenn du es dir aussuchen könntest. Egal, ob das nun Politiker ist, Musiker, Fashion-Icon, Reggae-Icon, welchen du noch nicht vor der Kamera hattest, es waren ja schon einige dabei. Wer wäre das, wo du sagen würdest, die Person würde ich gerne nochmal fotografieren? Darauf kommen wir später nochmal zurück. Ich nutze jetzt dieses Gespräch, um mir darüber Gedanken zu machen, weil das ist keine einfache Frage. Aber ich glaube, ich hätte mal Bock, Tarantino zu fotografieren. Quentin Tarantino? Ja. Den Regisseur? Ja. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Okay. Ja. Warum Tarantino? Geiler Macker ist, Alter. Und weil er natürlich mit seinen Filmen und so auch eingeprägt hat in der Jugend und so weiter und weil er einfach auch jetzt ist nicht die Schönheit und so weiter, aber er ist geil. Weißt du? So. Ja, okay, Tarantino. Vor allen Dingen auch, weil ich mit ihm wahrscheinlich auch geiles Gespräch führen könnte dabei und so weiter. Es wäre einfach A, mega geiler Link-Up, also einfach ein super Treffen und B, glaube ich, dass man ihn geil porträtieren könnte. Tarantino wäre schon dope. Ich glaube, ich hätte Bock auf Schauspieler. Ich glaube, ich hätte tatsächlich mal Bock auf Schauspieler. Also auf krasse Schauspieler. Okay. Die können heulen vor der Kamera und so, Bruder. Das stimmt. Da kannst du natürlich richtig nice Sachen mitmachen. Also ich würde auch nie eine Schauspielerin daten, ne? Die kann ja alles. Die dir alles, alles vorspielen da, ne? Das ist ja so Angst. Ja, ja, habe ich auch schon mehrmals drüber nachgedacht. Aber nicht alle machen ja das, was sie gut können, zum Beruf. Insofern kannst du dir nie sicher sein. Ja, aber Quentin Tarantino, also an dieser Stelle, Quentin, ruf doch mal Nikolaj an. Okay, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass du den nennen würdest. Ist das doch geil. Ja, auf jeden Fall. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber auch Samuel L. Jackson wäre auch geil. Okay. Also schon ein Schauspieler, schon ein Schauspieler, Schauspieler, Wo du mich jetzt fragst, du hast mich jetzt einfach so gefragt und aus dem jetzigen Gefühl raus würde ich sagen, auch Bruce Willis, Alter, geil. Hätte richtig Bock auf so ein paar Icons aus den 90s und 80s. Und wie würdest du dann spontan so das Setup sehen, das Set? Das weiß ich noch gar nicht. Da will ich jetzt auch gar keine Ideen hier umsonst. Preis geben. Gross, ja, da muss ich. Ja, also Bruce, auch bitte, wenn du das hörst. Bruce wäre Hammer. Sag mal Bescheid. Ach, Samuel natürlich auch hier. Spike Lee wäre auch mal dope. Spike Lee, ah, natürlich auch ein legendärer Regisseur eigentlich. Mega. Es gibt so viele, es gibt so viele, die ich noch gerne fotografieren würde, aber momentan, wenn du mich fragst, ist es auf jeden Fall in Richtung Amiland, Schauspieler und Musiker, ähm, da gibt es so viele noch. Das ist ja unendlich. Aber eher die, im Moment eher, eher so die alte Riege anstatt irgendwelchen neuen Leuten. Warum? Weil du denkst, dass es da eher was zu lernen gibt, sozusagen, eine Geschichte, die erzählt werden kann mit dem Foto? Oder warum eher die alte Riege? Weil ich damit so viel Erinnerung verbinde. Und wenn du etwas, was dich schon so viele Jahre in deinem Leben begleitet, wie jetzt bestimmte Schauspieler oder Musiker mal vor die Linse kriegen kannst und ein richtig tolles Foto davon machen kannst, dann ist das doch mit viel mehr verbunden, als jetzt ein, der gerade zwei Monate einen Hype hat. Scheiß doch auf den. Wer ist er? Also es muss ja niemand was sein, so, aber wenn es jetzt darum geht, eine Emotion zu einem Foto zu haben, ist es doch geil, wenn du zu der Person schon eine Emotion hast, die schon über zwei, drei Jahrzehnte, also über zwei Jahrzehnte auf jeden Fall irgendwie besteht. Ich glaube, das ist einfach für einen selber was Besondereres. Und was ich dann auch... Ich will mal ein Gruppenfoto vom Wu-Tang Clan. Ist auch geil, nur oh, die Berset ist leider nicht mehr dabei. Oh, wenn wir jetzt so anfangen, gibt es doch so viele. Basta Ryan, sind die auch Bock. Okay. Es gibt noch viele, also ich hätte noch richtig Lust. Ich habe noch richtig Lust. So, ich kann noch viel machen. Es geht einem nie das Motiv aus. Also die Motive gibt es wie Sand am Meer. Ja, und das machst du ja noch hoffentlich noch eine einige Zeit, also auch über den Deutschrap hinaus. Wir hatten ja gerade gesagt, die letzten drei Jahre warst du da sehr intensiv unterwegs, aber das ist ja auch letztendlich so, wie sich das ergeben hat und wer weiß, was morgen kommt. Es passiert immer irgendwas. Und Deutschrap hat sich mega entwickelt. Ich habe supergeile Sachen erlebt in der Deutschrap-Welt, habe viele Sachen gemacht, mit geilen Leuten zusammengearbeitet. Also bin ich mega dankbar für und mache ich sicherlich auch weiter. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht auch, dass man auch andere Pläne macht und andere Wünsche hat und es bestimmte Dinge, die emotional noch stärker sind, gibt für einen. Ja. Also es ist ja alles immer eine Balance zwischen Business und Passion. Ja. Und wenn du das zusammenführen kannst, hast du gewonnen. Und diese Balance, wenn du die hast, und sagen wir, 2019 war balancetechnisch das schönste Jahr für mich, wo du von der Chibu-Kampagne bis zu einem Deutschrap-Trip nach Dubai alles dabei hattest und freien Modestrecken, die dann hinterher im Paper Mac gelandet sind, zum Beispiel, die ich in Südafrika geschossen habe, da war alles dabei. Und diese Balance war so befriedigend. Reisen, Kunst, Musik, Business, alles vereint, war Knaller. Nice. Balance is everything. Etwas komplett anderes, was ich aber trotzdem nochmal gerne aufrufen wollte, das Thema, ist nämlich auch Stichwort, du schliffst gerne in andere Rollen und stößt auch verschiedene Dinge an. Du hast selber vor einiger Zeit ein Online-Magazin an den Start gebracht, Freedom of Peach. Ja, ja. Auch Stichwort Erotik-Fotografie. Ich weiß nicht, ob dich das vielleicht von damals noch... Nee, das hat damit nichts zu tun. Ja, damit ist ja nicht gut. Aber sehr interessant, aber dazu wollte ich dich fragen, Freedom of Peach, was hat das damit auf sich? Wieder eine Schnapsidee. Wie kamst du auf Freedom of Peach? Freedom of Peach, Freedom of Peach. Also, war auch eine Schnapsidee. Wie alle meine Ideen. Ich kriege dann so eine Idee und dann sag ich, jetzt mach ich das einfach mal. Boom. Ich dachte, Freedom of Peach, wie geil ist das denn für ein Nude-Magazin? Freedom of Peach. Bro, F.O.P. Ich dachte einfach nur, das ist doch ein mega geiler Name. Ich muss mir die Domain kaufen. Ich muss mir einen Instagram-Account machen. Let's go. Und das war eigentlich auch so... Ah, natürlich liebe ich Frauen und finde Frauen wunderschön und verehre eigentlich diese Schönheit und einfach das Wesen. Ich bin auch so erzogen worden. Ich hatte keinen Bruder, ich hatte eine Schwester. Ich bin unter Frauen aufgewachsen und hab sie immer respektiert. und natürlich bis bei Nude-Photography und so Sexualität spielt natürlich auch eine Rolle, aber für mich einfach im Vordergrund ist einfach auch diese Ästhetik und Schönheit einer Frau einfach generell wichtig und sie müsste lügen, wenn ich mir nicht viele nackte Frauen in meinem Leben angeguckt hätte, auch als Jugendlicher und so. Ob das irgendwie... Ich meine, früher war Playboy auch noch richtig geil. 80er, 90er, 70er, 60er, was sie doch für krasse Shootings gemacht haben und was weiß ich, Peter Lindbergh, die ganzen Schwarz-Weiß-Fotos von Helmut Newton. Helmut Newton, Lehrbuch des Voyeurismus. Hat unglaublich gute Aktfotos auch gemacht und so weiter. Egal, es gibt da tausend Beispiele, warum man das schön findet und warum man das machen könnte. Aber bei mir kamen da wieder mehrere Ideen in den Kopf und Auslegungen, warum mache ich das, warum möchte ich das machen? A, weil der Playboy so scheiße geworden ist in Deutschland. Das ist schon mal wieder dabei bei dem Thema, die Plattencover sind so scheiße, ich kann das besser. B war Cloud. Ganz einfach, wenn du ständig irgendwelche DMs bekommst, ey, willst du mich nicht mal shooten? Nee, sorry, die Zeit habe ich nicht und warum sollte ich jetzt umsonst jeden shooten, nur weil er gut aussieht oder auch nicht gut aussieht oder warum, aus welchen Gründen auch immer, warum, ich kann so lange, wie ich im Business bin, jetzt nicht irgendwie jedes Mädel, was Bock drauf hat, irgendwie for free shooten. Da habe ich gesagt, okay, aber wie kann ich das denn, diese Anfragen tun mir manchmal auch weh abzusagen oder einfach zu sagen, nee, mach ich nicht, klingt ja auch manchmal arrogant, dann immer nein zu sagen und so weiter, aber ist halt auch nicht drin, du hast halt nur 24 Stunden am Tag und kannst jetzt nicht irgendwie irgendwelche Fotostrecken, deine Zeit investieren, anstatt Geld zu verdienen, geht nicht. Ich sage, gut, aber wenn da immer mal wieder Leute Bock drauf haben und so weiter, wie könnte ich denn was cooles daraus machen, eine Win-Win-Situation? Ich habe gesagt, ey, warum mache ich nicht, es muss auch nicht immer nüt sein, also Freedom of Peach bedeutete nicht, das bedeutete zwar sexy, aber nicht immer komplett nackt oder so. Wollte ich gerade sagen, ja genau, das würde ich jetzt auch nicht so sehen, dass es ein Nude-Magazin ist. Also aber schon in die Richtung, sagen wir mal, es war halt so Body Positivity, wenn man das so nennen will, auch wenn ich kein Fan von diesen Sachen bin, also das immer so alles so Labels aufzudrucken, aber sagen wir einfach so Freedom of Peach, Freedom of Speech, weißt du, das bedeutet einfach so, sei als Frau, wie du möchtest, sei sexy, sei nicht sexy, hier wirst du nicht gejudged, so, das ist dein Ding. Genau, so ist es bei mir auch angekommen, die Message, letztendlich das Empowerment der Frau, sich zu zeigen, mit Selbstbewusstsein, dass auch hinter Freedom of Peach steckt. Ich meine, Freedom, das sagt es ja schon, ist ja eine Message für sich. Ja, und ich fand einfach das Wortspiel mega geil, ich fand den 70s Look der geil, also mit dem Logo, was ich da dann damals gemacht habe und so weiter. Das heißt, was machst du da mit den Damen? Also, das waren einfach Fotoschrechen, so Editorials könntest du es nennen. Und der Win-Win oder das, warum ich das dann am Ende gemacht habe, was die Idee dahinter war, war, hey, guck mal, hier kann ich Shootings, die normalerweise echt arschteuer sind, einem Model oder einer Frau, einem Mädchen, for free geben. Dafür darf ich sie aber veröffentlichen und im Zweifelsfall auch monetarisieren, indem ich zum Beispiel das Magazin verkaufe oder über Spenden oder was auch immer welche Möglichkeiten es gibt. Gleichzeitig aber auch, da waren auch Leute dabei, die shooten wollten, die einfach auch Big-Accounts hatten. Gleichzeitig habe ich dann natürlich auch, hätte ich einen Schneeball-Effekt gehabt, hätte ich es weitergemacht. Das ist ja jedes Mal ein anderes Model, jedes Mal ein anderer Account, der das auch teilen wird. Das wäre einfach ein schnelles Wachstum gewesen. Das war so die Idee nochmal, hey, Wachstum anzuschieben und was Cooles aber zu machen, um das Wachstum anzuschieben. Und eine Win-Win-Situation. Viele wollen shooten, ich möchte es nicht umsonst machen, aber hey, wenn ich das mit einem Projekt verbinden kann, was wächst und was Wachstum generiert, dann habe ich gesagt, dann ist es eine coole Sache, dann kann ich auch Ja sagen. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und es ist letztendlich jetzt noch nicht ganz gestorben, aber ich muss dir sagen, um das richtig, richtig krass weiterführen zu können, also die Idee ist größer, schwer auch wieder zum Schreiben, aber hätte ich viel mehr Zeit investieren müssen, viel mehr Shootings machen müssen und, und, und. Auch wenn das alles sehr gut angelaufen ist und so weiter, aber dann, ey, wurde es auch immer komplizierter. Weißt du, wenn du merkst, Alter, ich habe jetzt hier so viele Fotos, ich schaffe die gar nicht zu bearbeiten. Ja, das würde dann so ein eigenes Business irgendwie. Ja, und gerade bei Haut und so, wenn da mehr Haut ist und du möchtest das irgendwie sleek aussehen lassen, du möchtest ja natürlich auch keine Sets von zehn Fotos hochladen, sondern du möchtest ja im Zweifelsfall pro Shooting da auch dann 50 Fotos zeigen. Mach das mal. Brauchst ja eigene Retouch-Abteilung. Nein, aber das war jetzt nicht der einzige Grund. Ja, sicherlich der Grund, warum das jetzt ein bisschen weniger war, ist einfach auch der Fokus. Fokus, viele Jobs, gar nicht möglich, dass beides auf einmal irgendwie... Hast du ja neben Haie gemacht letztendlich. Genau, zu machen. Die Resonanz war mega. Die Leute fanden es super cool. Daran hing es auf gar keinen Fall. Aber das Thema ist jetzt noch nicht ganz gestorben. Nö, aber im Moment hat es gerade keinen Fokus. Ich meine, die Seite besteht noch, das Instagram-Profil besteht auch noch. Die Idee lebt in meinem Kopf auch noch. Finde ich auch cool weiterhin. Weil ich denke, da kannst du so viel Cooles machen. Auf jeden Fall. Da kannst du so viel Gutes machen. Und für mich war am Ende auch noch, nicht der Traum, aber dieses Verselbstständigen des Projektes war eigentlich. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt zwei, drei Jahre Shootings, maximal, maximal, am liebsten ein Jahr, mache ich Shootings, ballere die raus, wachse und dann mache ich vielleicht ein, zwei Shootings im Jahr und der Rest sind Submissions. Fotografen, deren Ästhetik ich akzeptiere, können mir ihre Strecken geben, ich veröffentliche die als Editorial und gut ist. Das war eigentlich so der Plan. Ich wollte gar nicht jetzt die ganze Zeit diese FOP-Shootings machen, sondern ich wollte eigentlich, dass ich das verselbstständigt und ich dann Strecken nur noch, also dass ich nur noch der Kurator sein muss. Sagst du, ja, das kommt auf FOP, das kommt nicht auf FOP. Sende ein. Wenn die Strecke exklusiv ist, boom. Und das natürlich, erstmal hätte ich nur diesen Wachstum anschieben müssen. Wenn du am Ende dann deine 50k-Follower hast schon mal als Grundlage aufwärts, dann hat natürlich der Fotograf oder das Model, was bei dir veröffentlichen will, auch einen Mehrwert. Und ich sag mal, bei einem Profil wie FOP, wo es eben natürlich auch um Weiblichkeit und auch um Sexualität oder auch um einfach um Erotik geht auch trotz allem, hast du natürlich ein ganz anderes Wachstum. Das geht natürlich schneller. Don't lie, weißt du, das weißt du ja. Geht schneller und die Interaktion ist auch viel, viel besser. Weil die Leute eher irgendwie da nochmal abends drauf gucken, als jetzt hier irgendwie bei Markus Lanz gucken die Leute auch abends gerne. Mir fehlt das Bessere sein. Den hören sie sich mittlerweile auch ganz gerne an, hab ich gehört. So. Freedom of Peach ist also noch weiterhin am Start. Ja, ich sage mal so, es ist, bis ich die zündende Idee hab, wie man das umsetzen kann und alle Parteien zufriedenstellen kann und das sinnvoll relaunchen kann, dann ist es auf jeden Fall wieder da. Dann. Dann auch richtig heftig. Ja, auch vielleicht der ein oder andere Fotograf, der sich auch in dem Bereich aufhält, wenn der schon Bock hat, dir mal wieder ein paar Submissions zu schicken. Warum nicht, ne? Davon drohen sie doch. Nee, nee, also klar. Also letztendlich so kuriert könnte ich das jetzt schon sowieso weitermachen. Aber ich glaube, da war auch Merch geplant. Ich hätte schon Caps gestickt und geile T-Shirts, Crop-Tops, alles mögliche. Ideen sind zu Genüge da. Ja, das war ja auch gerade dann durch Peach natürlich auch durch das Emoticon natürlich auch gerade so ist das ein Geniestreich. Ein Geniestreich. Ein Geniestreich, oder? Wie gesagt, also ansonsten, wenn da draußen jemand ist, der mir das für viel Geld abkaufen will, die Domain und das Logo, ab einer Million talken wir. Mindestens, mindestens. Freedom of Peach. Freedom of Peach. Gibt es gerade ein Thema, was dich besonders beschäftigt? Wann kann ich wieder so arbeiten wie früher? Das heißt? Frei. Was uns alle beschäftigt halt. Die Corona-Thematik nervt, will man auch gar nicht drüber reden, aber es hat natürlich schon sehr viel verändert in der Form, wie ich arbeite und mit wem ich arbeite vor allen Dingen. Es beschäftigt mich, dass die Spontanität fehlt. Mich ruft jemand an und sagt, hey, weißt du, der und der ist gerade in der City. Wir könnten uns treffen, wir können Shooting mit ihm organisieren oder was weiß ich. Gibt es ja alles nicht mehr. Es ist ja keiner mehr da. Wir haben jetzt hier diesen Pool von Menschen, der hier hingehört quasi, alles Menschen, die hier wohnen quasi oder hier arbeiten, aber alles, was dazugekommen ist, was dazugekommen ist und das bereichert hat durch die Anwesenheit, auch wenn die teilweise nur kurz war oder was weiß ich und einfach Bewegung reingebracht hat in deinen Alltag, in dein Leben, egal ob es Musiker, Künstler, wer auch immer das ist, die fehlen einfach. Eigentlich so fehlende Überraschungen. Ja, total. Die Menschen fehlen mir. Mir fehlt der Kontakt zu den Menschen, die ich früher auf Festivals getroffen habe. Ob das der Promoter, der Produzent von jemandem war oder der Künstler selber. Dieses jährliche, ich war ja dann immer da, du musst überlegen, wenn du seit 2003 jedes Jahr auf allen wichtigen Festivals bist, dann kennst du die Leute teilweise auch schon zehn Jahre oder mehr und das ist total schade, dass man die jetzt nicht mehr sieht und sich so aus den Augen verliert und dann auch immer der Input. Wir reden ja hier auch über Menschen aus verschiedenen Kontinenten und Kulturen und dieser Austausch kurz, der auch ist, auch wenn du nur ein Bier zusammen Backstage trinkst, der bereichert dich und der gibt dir immer Impulse. Der gibt dir immer Impulse, mit denen du was anfangen kannst, mit denen du dich weiterentwickeln kannst, mit denen du vielleicht auf eine coole Idee gebracht wirst. Zu einer Idee gehört ja nicht viel außer ein kleiner Moment. Und diese Inspiration und das Unvorhersehbare, Spontane, das fehlt mir doch sehr. Und da hoffe ich jetzt auf 2022, dass wir es vielleicht irgendwie in der Welt schaffen, uns wieder den Raum für diese Spontanität zurückzubringen. Das fehlt mir sehr. Und vor allen Dingen die Grenzen, die wir alle aufgebaut haben in unseren Köpfen, durch die Restriktionen, durch die Verbote und so weiter, auf so lange Dauer, wie das jetzt läuft, fängt man ja schon an, sich selber Schranken in den Kopf zu stellen. Und die muss man wieder loswerden. Und das wird auch wieder eine Weile dauern. Ja, man merkt das ja schon auch im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, dass da unterschiedliche Ebenen eigentlich sich entwickelt haben, wie die einzelnen Personen dann mit einer Situation umgeht. und vielleicht eine Person sagt, ich gehe da eher das ein, irgendwo hinzugehen zum Event oder sogar eine Reise anzutreten und die andere Person, die das eigentlich vorher für die selbstverständlich war, macht es plötzlich auch gar nicht mehr. So wie ich zum Beispiel. Für mich war das ja selbstverständlich, ich war ja nur im Flieger und war hier und da und jetzt war das so, dass wir irgendwie nach Paris geflogen sind. Das hatte ich geschenkt bekommen zum Geburtstag von meinem Girl und erster Gedanke war so, oh shit, ich muss fliegen. Das erste Mal fliegen wieder nach einer längeren Zeit. Shit, aber nicht wegen Fliegen, sondern einfach wegen diesem ganzen Barriere im Kopf. Und dann waren wir im Flieger und wir hatten the best time. Es war wunderschön. Wir hatten richtig gute Zeit und wir haben es genossen und alles, aber im ersten Moment war es dann so, oh mein Gott, ich muss irgendwie verreisen. Hilfe. Vorher warst du irgendwie zweimal im Monat bis irgendwo hingeflogen. So, auf übertrieben. Naja, ja. Aber, aber abgesehen davon gibt es etwas, womit du dich gerne in der Freizeit momentan beschäftigst, also wenn du Freizeit hast? Ich habe wenig Freizeit, ich beschäftige mich. Was sind da so die Themen, die dich, die dich catchen gerade, die du interessant findest? Das ist, meine Freizeit ist so schwer zu, 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 wahrzunehmen. Ja. Ne? Also, ich bin der Vater, meine Freizeit verbringe ich zum großen Teil mit meiner Tochter. Freizeit gehört aber, kann ich auch teilweise sagen, wenn ich arbeite. Also, kommt drauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Freizeit sitze ich oft auch am Rechner oder gehe durch mein altes Archiv, so wie ich jetzt gemacht habe, wo ich so ein paar Re-Edits von Fotos von 2005 gemacht habe. Das ist meine Arbeit, aber es ist auch meine Freizeit. Es ist diese Restless, dieses Restless Ding bei mir, so ein Restless-Syndrom wahrscheinlich. Entweder chille ich richtig hart oder ich muss die ganze Zeit beschäftigt sein. Und da kommen wir zum Thema Passion. Also, ich glaube, ich könnte jetzt nicht einfach nichts tun. Und auch, wenn vieles davon vielleicht Procrastination ist, was ich tue, bin ich ein Pro überhaupt, dann ist es doch oft verbunden mit meiner Arbeit, was ich mache. Bin ich der Typ, der sich dann die Kamera hinlegt oder so und sich dann davon distanziert, was er tut, sondern irgendwie lebe ich es die ganze Zeit. Wo du gerade sagst. Procrastination. Der Aufschieberitis, umgangssprachlich sprichst, glaubst du, dass das einem etwas sagt über die Tätigkeit? Ja, total. Das Aufschieben zeigt einem, wer du nicht bist. Also, es sind Dinge, die musst du in deinem Leben dann auch ändern teilweise, weil sie dich in Schwierigkeiten bringen. so zum Beispiel, wenn du nie deine Briefe aufmachst. Bei den Liebesbriefen vor allem ist das natürlich schlecht dann, wenn du sie nicht öffnest. Du, Liebesbriefe machen nicht so viele Probleme wie irgendwelche E-Mails. E-Mails öffne ich schon ab und zu mal, aber nein, ich meine, bei Briefen, wenn aus einem Strafzettel für 15 Euro auf einmal 230 werden, ist das natürlich dumm. Das ist natürlich blöd. Nein, aber Procrastination, bei mir ist immer so viel los, ich kann immer was tun. Ich könnte heute aufhören zu arbeiten und ich könnte bestimmt noch ein paar Jahre einfach mit dem, was in meinem Archiv ist, arbeiten. Also, irgendwas daran machen, entwerfen, was Kreatives daraus machen und so weiter. Aber, es kommen natürlich auch immer Jobs, die umfangreich sind, wo die Leute viele Bilder bearbeitet haben wollen, viele Änderungen gibt. Das heißt also, du hast zum Beispiel eine ganz wichtige Abgabe zu machen für die Steuer. Aber es kommt ja Gott sei Dank gerade ein Job rein. Dann kannst du ja erstmal den Job machen. Weißt du? Klar. Ach, nächste Woche musst du die Steuer immer noch machen zum Beispiel. Oder irgendwas anderes, was du irgendwo abgeben musst oder eine neue Versicherung abschließen oder sonst was. Aber ach, Gott sei Dank sind ja nochmal zwei Jobs reingekommen, da habe ich ja was zu tun. Ich kann das ja gar nicht machen. Also, das ist so. Also, ich bin immer busy, ich bin nie faul. Aber ich nutze meine Arbeit gerne auch, um andere Dinge einfach dann zu vernachlässigen. Und Stichwort NFTs, beschäftigst du dich damit? Gar nicht. Gar nicht? Habe ich mich mit beschäftigt, dann wieder nicht. Ich habe auch kein Bitcoin und nix, ich bin oldschool. Okay. Also nicht, dass das jetzt cool ist, dass ich oldschool bin. Ich glaube, ich prokrastiniere auch das weg. Weil dich das dann einfach nicht so interessiert. Ja, ich habe letztens mal wieder versucht Lotto zu spielen, aber... Ich habe noch nicht Lotto gespielt, sogar zweimal gewonnen. Echt? Hintereinander. Wie, aber nicht voll. Nicht voll, nicht voll, ja genau. Ich habe einmal den Einsatz letztendlich wieder zurückbekommen und danach habe ich nochmal ein bisschen weniger bekommen. Aber immer zweimal hintereinander, das ist schon wieder eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass man das schafft, zweimal hintereinander was zu gewinnen. Das stimmt. Nee, aber NFTs. Ich habe da Gespräche gehabt, auch mit Künstlern, ob man NFT zusammen machen möchte und so weiter. Ja, das ist natürlich... Bisher hat das noch nicht Früchte getragen. Bitcoins und so weiter ist es bei mir, glaube ich, so dieser Hass auf mich selber, dass ich damals nicht für einen Dollar ein Paar gekauft habe. Ja, gut, das ist ja vergangenheitlich. Ja, wo du jetzt aber denkst, ey, lohnt sich doch gar nicht mehr, auch wenn es sich vielleicht gelohnt hätte und so. Also ich bin da dann einfach, habe mich dann angemeldet, wollte mir ein E-Wallet machen und dann wollten die, dass ich meinen Ausweis einschicke. Das war mir schon wieder zu viel. Nee, da ist natürlich auch noch vieles sehr unständlich, was man da eigentlich noch machen muss. Also das war mir dann wieder zu viel. Nee, ich kam nur auf NFTs, Non-Fungible Tokens natürlich, weil das gerade ja im kreativen Bereich jetzt enormen Aufmerksamkeit bekommt. aber da sind auch Dinge, dass die sich alle nur gegenseitig verkaufen, um den Preis hochzutreiben und so weiter. Also das ist da, ich weiß nicht, ich müsste mich damit auseinandersetzen. Einen sagen so, die anderen sagen so. Ich finde es nach wie vor interessant, ich würde es auf jeden Fall machen, aber ich hätte keinen Bock, das zum Beispiel alleine zu machen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, lass uns einen geilen NFT zusammen machen oder mehrere, yo, I'm in. Aber es ist jetzt nicht so meine Priorität gerade, mich darum zu kümmern. Die Idee ist ja letztendlich, handelt es sich ja beim NFT um nichts anderes als ein digitales Zertifikat, was eigentlich ja den Inhaber von dem jeweiligen digitalen Wert, Vermögenswert letztendlich präsentiert. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt einen Sinn macht, ein Foto als NFT hochzuladen. Ein Foto alleine nicht unbedingt, aber was ja eigentlich viel interessanter ist, was man mit dem NFT und auch mit dem Zertifikat und letztendlich ja mit dem darunter gelegten Smart Contract, mit dem Vertrag letztendlich, was man damit noch zusätzlich für ein Value anbietet. Und das ist natürlich das Thema, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt und worauf man immer genau gucken muss, was kann man eigentlich entwickeln, was dann für denjenigen, der das wirklich dann auch haben möchte und kauft, denn dann auch einen Mehrwert bietet. Gerade in der Kreativbranche ist ja jetzt das Thema NFT ganz wichtig. Musikbranche, guckt da ganz genau drauf. As we speak actually. Droppt Nas, hier Rap Artist Nas. Die hatte ich auch schon. Einer der ersten, ja, hatte sie auch schon vor der Kamera. Droppt jetzt offiziell seinen ersten NFT, mit dem man, wenn man den NFT kauft, dann bekommt man sogar die Möglichkeit, nicht nur die Möglichkeit, sondern man bekommt eine Beteiligung an den Streaming-Umsätzen von dem entsprechenden Song. Ja, also das ist nur ein typisches Beispiel, wo gerade Independent Artists im Musikbereich besonders drauf schauen, wie können sie eigentlich ihre Fans auch mit involvieren, was können sie anbieten. und auch im Fotobereich, ganz viele NFTs werden natürlich mit irgendeinem Graphic Designer, Foto Artist irgendwie zusammengemacht, weil es natürlich hauptsächlich um audiovisuelle Themen geht oder viel mehr visuelle Themen als um Audio. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass du da auch schon voll eingestiegen bist. Wir haben ja auch gepitcht und so weiter, dass man da was macht, dass man sich da zusammensetzt. Man hat sich auch zusammengesetzt. Bisher sind wir aber noch nicht weitergekommen. Das bedeutet nicht, dass das gestorben ist und so weiter, aber ich war jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss da jetzt was morgen was auf dem Tisch haben. Ich finde es interessant. Mir fehlt gerade noch so, sagen wir mal, ich glaube, ich brauche noch so eine zündende Idee, um das richtig geil zu machen, wo ich auch sage, das lohnt sich. Also das will ich auch verkaufen. Ich will jetzt nicht auf Krampf irgendwas machen, was irgendwie nicht bockt. Und so Fotostocks, so diese fast schon alte Kamelle, sowas hast du ja nie gemacht. Niemals. Das ist ja eigentlich ein Massengeschäft. Ja, also das ist auch eine Sache, also wenn du das machen willst, kannst du das sicherlich tun, aber das bedeutet auch viel Arbeit. Also wenn du Stock verkaufen willst, dann guckst du halt, was sind die gängigsten Sachen, die verkauft werden und musst halt auch schon richtige Shootings organisieren. Aber das ist ja überhaupt nicht mein Thema. Also ich habe jetzt keine Lust, irgendwelche Office-Anwendungs-, also Office-Gesprächsfotos zu machen mit Aktenordner und Person A erklärt, Person B irgendetwas. So, und dann machst du davon drei, vier Shootings im Monat und legst sie da hinter deinen Stockordner. Also das ist ja überhaupt nicht mein Thema. Ich arbeite ja, ich arbeite ja wirklich natürlich fürs Geld, aber ich arbeite hauptsächlich für die Passion, um tatsächlich das zu machen, was man gerne tut. Wir haben so wenig Zeit auf dieser Erde, sage ich mal so, da muss man dann schon gucken, dass man, die meiste Zeit arbeiten wir ja. Und möchte ich nicht, möchte ich nicht irgendwie meine Arbeit schrecklich finden. Also die nächsten 10, 20 Jahre wirst du auf jeden Fall Fotograf sein. Niemals will ich es doch machen. Achso. Fotograf sein? Ich werde immer Fotograf sein. Ich weiß ja nicht, wie es läuft. Wir sind ja alle jetzt nicht so die Meister in Rentenversicherung und so weiter. Ich glaube, man muss sowieso arbeiten, bis man abnüppelt. als Künstler glaube ich da fest dran, dass das so ist. Und das ist auch gut so. Wenn ich an meinen Vater denke, der immer noch arbeitet auch, wenn er auch jetzt irgendwie 80 ist, aber das ist für ihn gar keine Frage, dass er irgendwie seinen Job an den Nagel hängt, sondern das ist Leben, das ist unser Leben, das ist unser Leben. Das, was ich mache, ist mein Leben und gehört dazu, wie Essen und Trinken. gibt gar keine andere Wahl. Und selbst wenn du von heute auf morgen das Geld streichen würdest für alle, man würde nichts mehr verdienen für seinen Job, alle würden Grundeinkommen kriegen, ich würde trotzdem das weitermachen. Natürlich ein bisschen selektiver noch. Aber ich würde nicht klarkommen, ohne mich in irgendeiner Weise auszudrücken. Ja, das ist der Unterschied dann zwischen Pflicht und Passion. Total. Nico, aka Picture Man, es war mir eine Ehre, hier in den DIY Studios dass wir hier zusammengekommen sind. Ja, Mann. War auf jeden Fall schön bei dir. Geiles Studio. Ihr wisst, Leute, DIY Studios Hamburg. The modest thing in town, you know? Yeah. Big German. Thank you, man. Ja, Mann, Sinj, Producer. Big of yourself. Geiles Studio, Alter. Auf jeden Fall. Richtig genossen hier. Viele Grüße an Sinj. Peace out. Peace out. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020